Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fachgespräch, das sich aber von der Resonanz und der Beteiligung zu einem Kongress ausgewachsen hat, darf ich Sie recht herzlich begrüßen. Wieder einmal beschäftigen wir uns in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion mit dem Thema Religionsfreiheit und mit der Sorge um verfolgte Christen in der ganzen Welt, wenngleich wir heute auch zugleich dann sagen müssen, dass es heute nicht nur verfolgte Christen gibt, sondern auch Muslime, dass sich Muslime gegenseitig verfolgen, wenn ich an den Irak oder andere Regionen denke. Trotzdem bleibt es dabei, dass die Christen die noch immer am meisten verfolgte Religionsgruppe überhaupt sind. Ich komme gerade von einer sehr kurzen, aber intensiven Reise aus dem Orient in Anführungsstrichen zurück. Ich war in Ägypten und habe mich dort mit der Situation unserer koptischen Glaubensgeschwister unterhalten und mich auch mit dem obersten theologischen Haupt der sunnitischen Kirche, dem Großimam Tayeb in Kairo getroffen. Immer sehr schwierige Gespräche und war im Libanon, um mich dort über die Situation von Flüchtlingen zu informieren, großer Projekte der Malteser und auch natürlich mit allen Religionsgruppen, die dort ein Beispiel des friedlichen Zusammenlebens oder teilweise eher nebeneinander lebensfriedlichen dafür sind. Heute etwas ganz anderes. Wer hätte gedacht vor einiger Zeit, dass wir uns ernsthaft mit der Frage befassen müssen, ob in einem Land wie dem unseren, in dem Religionsfreiheit nicht nur in der Verfassung steht, sondern in dem Religionsfreiheit auch praktiziert wird, jeden Tag wir uns mit der Situation religiöser Minderheiten in Unterkünften, Flüchtlingsheimen beschäftigen müssen. Wir sind ein Land, in dem Religionsfreiheit gewährleistet wird. Natürlich gibt es da auch die ein oder andere Frage und Diskussion, auch schon bevor die Flüchtlinge im letzten Jahr zu uns gekommen sind. Aber es bleibt dabei, dass in unserem Land jeder und jede Religionsgruppe ihre Einrichtungen bauen kann, um ihren Glauben auch öffentlich zu leben. Wir sind eben nicht diejenigen, die nur Kirchen zulassen, sondern bei uns gibt es Moscheen, Synagogen, Gebetsräume von den verschiedenen Gruppierern und Gruppieren. Das ist auch richtig so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es bleibt dabei, wer wie wir für Religionsfreiheit eintritt, der tritt auch dafür ein, dass Muslime in diesem Land ihre Moschee bauen dürfen. Das ist für uns selbstverständlich. Leider ist es nicht selbstverständlich, dass in anderen Ländern gar nicht so weit weg von uns, im Orient und dort, wo Muslime die Mehrheit haben, Kirchen nicht wie selbstverständlich gebaut werden können. Und das ist eine der Forderungen, die wir stellen. Wir treten dafür ein, dass in unserem Land jede Religionsgruppe sich öffentlich zeigen kann. Aber wir erwarten auch Unterstützung dafür, dass in anderen Ländern die Christen ihre kleinen Kirchen auch bauen dürfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass wir uns heute zu diesem Fachgespräch zusammenfinden, hat natürlich etwas damit zu tun, dass uns Berichte erreichen darüber, dass Christen attackiert werden. Es mag sein, dass es kein Massenphänomen ist, aber allein die Tatsache, dass Christen und auch andere Aleviten beispielsweise in Einrichtungen aufgrund begründeter Tatsachen sich nicht mehr sicher fühlen, ist für unser Land kein akzeptabler Zustand, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und darum müssen wir nun auch reden. Es soll überhaupt nicht Stimmung gemacht werden. Überhaupt nicht. Und deswegen haben wir uns heute auch mit Experten umgeben, um dieser Frage nachzugehen. Aber es geht auch nicht, dass Dinge nicht offen angesprochen werden sollen, die einfach einmal da sind. Es gibt einen Satz, den in diesem Fraktionssitzungssaal jede Kollegin und jeder Kollege, wenn sie ihn nachts wecken, sagen kann, den ich immer wieder sage, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und heute wollen wir einen Blick in die Wirklichkeit werfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Heute sollte eigentlich der Beauftragte für Kirchen- und Religionsgemeinschaften, Franz Josef Jung, hier begrüßen. Er befindet sich aber noch in der Reha. Er hat ein Qualitätsprodukt aus unserer medizinischen Produktion bekommen, nämlich eine neue Hüfte. Und die muss nun noch etwas angepasst werden. Aber er ist guter Dinge. Ich habe mit ihm gesprochen und ich soll Sie herzlich grüßen. Ich danke, dass wir eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen aus unserer Fraktion heute hier haben, die ich nicht jetzt persönlich begrüßen kann. Das zeigt aber, dass dieses Thema Religionsfreiheit, Einsatz für bedrohte Mitglieder der Gruppen und auch von Christen bei uns in unserer Fraktion nicht ein Randthema ist, sondern dass dies uns ganz intensiv beschäftigt. Ich darf recht herzlich begrüßen den Erzbischof von Berlin, seine Exzellenz Erzbischof Dr. Heiner Koch. Herzlich willkommen bei uns. Applaus Es ist der erste offizielle Auftritt hier bei uns in der Bundestagsfraktion. So lange ist der Dr. Koch auch noch nicht der Erzbischof in Berlin, aber schon lange genug, damit wir ihn wirklich auch gut kennen, auch schon von anderen Einsätzen. Ich bin sehr dankbar, dass Sie heute bei uns sind. Wir bekommen nachher einen kurzen Einblick in die Problematik von Dr. Stefan Meininger aus dem Bayerischen Rundfunk, der sich seit zwei Jahren mit dem Thema befasst und der, wie der Beifall zeigt, zumindest in unseren Kreisen kein Unbekannter ist, um das auch mal zu formulieren, um dem ich für seine Arbeit, was ja auch nicht immer so ganz einfach ist in diesen Bereichen, wo Sie tätig sind, dass Sie mit so einem Thema unterwegs zu sein, dass Sie es tun. Wir haben nachher eine Podiumsdiskussion, die geleitet wird von der bewährten Journalistin Anke Blättner, die ich auch herzlich begrüße. Applaus und die nachher den Part übernimmt. Ich muss nämlich leider weiter oder nicht leider, weil wir heute die Vorbereitung unserer Sitzungswoche haben. Wir haben heute die ganzen Gremiensitzungen und nach drei Wochen Sitzungspause treffen wir uns jetzt wieder und die Sitzungswoche wird auch nicht ganz einfach. Wir haben dann bei der Podiumsdiskussion Pfarrer Dr. Gottfried Martens, Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirche Berlin-Brandenburg, auch er kein Unbekannter mehr. Er hat das Thema in einer Weise, ruhig, sachlich, aber engagiert in die Öffentlichkeit getragen. Er hat große Medienwirkung erzielt. Seien Sie herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute da sind. Und wir haben Ender Zettin bei uns, Geschäftsführer der Selig-Moschee und freuen uns, dass er mit uns darüber diskutiert. Wir wollen bei dem Thema alle Facetten auch ansprechen und ich weiß, dass es bei den Muslimen eine ganze Reihe von Menschen gibt, die es mit Sorge sehen, dass es solche Auseinandersetzungen gibt. Wir wollen keine Religionskriege in unserem Land. Überhaupt nicht. Wir wollen, dass wir miteinander leben können, jeder in seinem Glauben. Und wir wollen, dass jeweils der andere für den anderen eintritt und ihm schützt und hilft, weil nur so Glaubensfreiheit in unserem Land möglich ist. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir begrüßen Wolfram Pemp von der Zentralstelle Prävention der Polizei in Berlin. Die Polizei in Berlin hat keine leichte Aufgabe in dieser Großstadt. Und wir freuen uns darauf, dass Sie uns nachher berichten, was Sie tun. Herzlich willkommen bei uns. Gerrit Probst ist die Nächste, die auf dem Podium sitzt. Interkulturelle Trainerin. Und ich begrüße Sie herzlich und bedauere außerordentlich, dass ich dann wenig oder nichts von ihr höre, denn das hätte mich schon interessiert, was eine interkulturelle Trainerin macht. Aber allein die Tatsache, dass sie bei uns eingeladen ist, zeigt, dass sie wichtig ist. Herzlich willkommen bei uns. Und dann begrüße ich meinen Kollegen Heribert Hirte. Er ist Vorsitzender des Stephanuskreises, unserer Fraktion, eines Kreises, der sich um die Anliegen der verfolgten Christen in besonderer Weise annimmt, und regelmäßig dazu Gesprächskreise, Gespräche führt und auch in den Regionen unterwegs ist. Lieber Heribert Hirte, herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Arbeit. Applaus Und dass trotz mancher Diskussionen, die wir in der Öffentlichkeit abliefern, nicht immer zur großen Freude von mir, aber wir liefern sie manchmal ab, aber dass trotz dieser Diskussionen wir in der CDU-CSU-Fraktion uns einig sind und miteinander gut arbeiten, zeigt, dass der Vorsitzende der Arbeitsgruppe innen, Stephan Mayer, heute auch da ist und das Schlusswort sprechen wird. Lieber Stephan, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Arbeit. Applaus Meine sehr verehrten Damen und Herren, Applaus Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist auch bei den Innenministern und auch bei der Polizei angekommen. Auf eine Anfrage von Stephan Mayer hat Thomas de Maizière in diesen Tagen mitgeteilt, dass seit dem Januar 2016 religiös motivierte Straftaten unter Flüchtlingen in einer gesonderten Kategorie des kriminalpolizei öffentlichen Meldedienstes politisch motivierte Kriminalität aufgenommen werden und ab 2017 in noch größerem Umfang. Allerdings muss man auch wissen, dass diese Datei, die da erstellt wird, nur einen unvollkommenen Eindruck vermitteln kann, denn jeder von uns kann ganz einfach nachvollziehen. Wenn sie zu viert oder zu fünft oder zu sechst, zu siebt als Christen in einem solchen Heim sind und 250 andere um sie herum sind, dass da die Freude am Melden eines solchen Vorgangs und beim Überdenken der Konsequenzen der nächsten Tage wahrscheinlich nicht zu einer großen Meldung führt. Und deswegen brauchen wir eine Transparenz oder eine Öffentlichkeit, um genau dort die Hilfe zu geben. Ich will gar nicht weiter über Forderungen sprechen, weil das auch hier kommt. Ich habe mit Pfarrer Martens ausführlich gesprochen, ihn auch besucht über die Frage, ob wir Christen, die bedroht sind, gesondert allein unterbringen sollen. und da kann ich nur sagen, so sehr ich auch die Not von Martens verstehe, bleibe ich dabei, in einem Land, in dem Religionsfreiheit herrscht und in der wir dafür eintreten müssen, dass es so bleibt, wäre die gesonderte Unterbringung von Religionsgruppen, um sie vor anderen zu schützen, nicht der richtige Weg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass Religionsfreiheit durchgesetzt wird und das eben geschützt wird. Ich meine allerdings auch, dass wir bei der Führung von solchen Einrichtungen, bei den Sicherheit, die für solche Einrichtungen zur Verfügung gestellt wird, wir darauf achten müssen, dass wir dort auch Frauen unter den Sicherheitsleuten haben. Es gibt heute schon jede Menge Frauen, die in Security-Diensten tätig sind, dass wir dort nicht nur Araber tätig haben, sondern dass da auch andere sind, also gemischte Gruppen, die sich um solche Einrichtungen kümmern können und sollen. Darauf muss größten Wert gelegt werden und wir brauchen auch, und das wird vielleicht auch die interkulturelle Trainerin sagen, mehr Fachpersonal gerade in diesen Bereichen. Und der letzte Punkt, ich will nicht, dass Christen jetzt gesondert untergebracht werden, aber vielleicht sollte es doch möglich sein, dass man das Verhältnis ein wenig in solchen Einrichtungen ändert. 30, 40 zu 200 hört sich schon ganz anders an als 3 oder 4 in solchen Einrichtungen. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, ohne dass wir jetzt Sondereinrichtungen schaffen müssen, diese Menschen zu schützen. Und allein, dass wir darüber reden und Transparenz schaffen, ist für diejenigen, die betroffen sind, schon ein gutes Signal. Ich bedanke mich, dass Sie heute bei uns sind und mit uns über dieses wichtige Thema diskutieren. Und ich darf nun zum Eingangsreferat dem Erzbischof von Berlin, Heiner Koch, das Wort erteilen. Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Applaus Fraktionsvorsitzender Kauder, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Abgeordnete. Wenn Menschen Krieg, Verfolgung oder Terror erleben und keine Zukunftsperspektive mehr haben in ihrer Heimat, bleibt ihnen gerade unter Lebensgefahr oft nichts anderes übrig, als zu flüchten. Flucht und Asylsuche sind leider eine urmenschliche Wirklichkeit. Schon in ersten Kapiteln sowohl des Alten wie des Neuen Testamentes ist von Flucht die Rede. Die Flüchtlingssituation, die wir also derzeit erleben, ist nun wirklich keine neue Erscheinung. Das wissen wir gerade in Deutschland. Während dessen Dritten Reiches mussten viele Deutsche flüchten, um Schutz zu finden vor Verfolgung und Krieg. Ich denke zum Beispiel an Karl Zugmeier, wie viele, viele andere den Schriftsteller in Deutschland verlassen musste, weil ihm und seiner Familie nach dem Leben getrachtet wurde. Die Möglichkeit, in anderen Ländern Schutz und Aufnahme zu finden, ist ein hohes Gut und steht jedem Menschen grundsätzlich zu, wenn er verfolgt ist oder sein Leben bedroht ist. Ich habe in den Geschichten meiner Eltern, die mir von ihrem Leben erzählten, immer wieder gespürt, wie sehr ihre Flucht und ihre Vertreibung aus der schlesischen Heimat sie ein Leben lang geprägt haben und wie die Wunden der Vertreibung nie geheilt sind. Ich bin froh, dass Deutschland bereit war und ist, Menschenschutz zu gewähren, die in einer solchen Situation sind. Natürlich kann Deutschland nicht alle Menschen aufnehmen. Wir können nicht die Welt retten. Wir sind nicht ihr Heilsbringer. Es fällt schwer, manchmal diese Grenzen annehmen zu lernen. Aber bei unseren begrenzten Fähigkeiten und Möglichkeiten können wir manches bewegen und wären für viele damit echte Lebensmittel. Ich weiß aus manchen Begegnungen mit zu uns geflüchteten Menschen, dass sie ohne uns nicht mehr leben würden. Ich danke Ihnen allen für Ihr Engagement und diesen politischen Fragen, die sich daraus ergeben. Ich bin fest allerdings davon überzeugt, dass die anstehende Problematik letztlich nur im europäischen Zusammenhang und im Weltzusammenhang gelöst werden kann. Die jüngste UN-Konferenz zu Flüchtlingsfragen verlief dabei für mich und für viele wohl eher enttäuschend oder genauso täuschend wie manche Erfahrungen der europäischen Gemeinschaft. In meinem Eindruck stehen wir in der Geschichte Europas an einer entscheidenden Stelle, in der wir die Frage beantworten müssen, ob Europa ein Zweckverband oder doch eine Wertegemeinschaft ist und welche Werte für uns verbindlich sind. Ich sage in diesem Zusammenhang sehr bewusst, welche Werte für uns heilig sind. Vor allem aber schreit die Flüchtlingskrise nach einer wirksamen Bekämpfung der Fluchtursachen in so vielen Regionen der Welt. Kurzfristige und langfristige Ursachen müssen dabei angegangen werden, auch im Wissen darum, dass manche langfristige Entwicklung nicht kurzfristig umgestaltet werden kann. Aber wenn wir nicht in Kürze neue Weichenstellungen etwa auch in wirtschaftspolitischen oder ökologischen Fragen angehen, wird man auch auf lange Frist angelegte Veränderungen verhindern. Zudem müssen wir die Not und die Perspektiven wahrnehmen und entwickeln in den gastgebenden Ländern, sei es Türkei, Libanon oder auch bei uns. Jeder Einzelfall muss geprüft werden. Das ist nicht nur der Grundsatz unseres Asylrechts, sondern auch ethisches Gut, das wir auch aufgrund der hohen Zahlen der Flüchtlinge nicht aufgeben dürfen. Ich danke Ihnen für Ihre Ringen um gute Lösungen und um die offene Debatte, die wir alle dazu führen müssen. Die Flüchtlingssituation warnt, ist auch für unsere Kirche hier im Erzbistum Berlin eine Herausforderung. Unzählige Menschen haben sich in den drei Regionen unseres Bistums Vorpommern, Brandenburg und Berlin von der Not der Menschen ansprechen lassen und engagieren sich ehrenamtlich und beruflich für Flüchtlinge. Es hat mich wirklich sehr bewegt, dass wir phasenweise auch für unsere Unterkünfte mehr Eierenamtliche zur Verfügung gestellt bekamen, sich zur Verfügung stellten, als unmittelbar gebraucht wurden. Und es hat mich sehr berührt, wie viele Gemeinden auf meine Bitte eingegangen sind, doch zu Weihnachten eine Flüchtlingsfamilie einzuladen, nur an diesem Tag vielleicht. Aber dieses Zeichen der Wertschätzung, das Zeichen der Hochachtung, des Mitfühlens, dieses Großen Lösungen bringt, aber sehr viel Menschliches bewirkt, war ein tiefes gutes Zeichen. Das Engagement hält bis heute auch nach dem Abflachen der ersten gesellschaftlichen Empörungswelle an. Caritas und Maltese haben mehr als 1500 Menschen zwischen den Berlin untergebracht. Viele Gemeinden stellen Wohnungen zur Verfügung. Brandenburg und Berlin betreut die Caritas über 600 Flüchtlinge und Wohnungen und erlebt das so auch Integration in kleinen Dörfern und Städten funktioniert. In Brandenburg werden wir zwei kirchliche Bildungshäuser zu Gewerkschaftsunterkünften umbauen. Viele Gemeinden haben ihr karitatives Herz für die Flüchtlinge neu entdeckt und engagieren sich, wie gesagt, vorbildlich. Aber unsere Gemeinden, Verbände und letztlich auch meine Mitbrüder sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wir finden dort auch ein ganzes Meinungsspektrum und wir finden auch in den eigenen Reihen viel Unverständnis bis hin zur Fremdenfeindlichkeit. Auch dies muss ich schon einmal deutlich sagen, wie auch sich Christen in allen Parteien engagieren. Sehr unterschiedlicher Richtung. Ein Thema bewegt sehr viele. Wie geht es unter den vielen Flüchtlingen den Christen? In der letzten Zeit bekommt auch das Erzbistum Berlin, die Caritas und ich persönlich, eine deutlich steigende Zahl von Anfragen, wie die Situation von christlichen Flüchtlingen in Unterkünften ist und ob sie dort Diskriminierung und Gewalt erfahren. Ich habe mich dieser Frage gestellt in vielen Gesprächen und Besuchen bei Caritas und Maltesern und durch Gespräche wie zum Beispiel mit dem syrisch-orthodoxen Bischof hier in Deutschland. Ich habe alle christliche Flüchtlinge zu einem großen Gottesdienst und Treffen eingeladen und nachher noch einmal zusammen mit unserer Charakterist Direktorin einzelne Flüchtlingsgruppen besucht und zum Gespräch empfangen. Es wurde für mich deutlich, dass viele Christen Angst vor Diskriminierung und Gewalt haben, weil, das muss man immer bedenken, und wie sie diese in ihren Heimatländern schon erfahren haben. Sie fangen nicht bei Null an. Sie bringen ihre Vorgeschichte mit. Das muss man immer sehr deutlich sagen. Bei uns ist aber ganz anders. Wir fangen nicht bei Null an. Ich halte diesen geschichtlichen Aspekt schon für sehr wichtig. Viele sind geschockt, wenn sie in Unterkünfte kommen und dort auf viele Muslime stoßen. Und zwar nicht nur unter den Flüchtlingen, sondern auch unter dem Personal. Wir dachten, wir kämen ein christliches Land. Das ist fast ein Synonym, was immer wieder so gesagt wird. So äußern sich nicht wenige. Sie waren zu Hause oftmals schon eine kleine Minderheit und fühlen sich empfindungsmäßig wieder als solche. Viele suchen den Kontakt zu anderen christlichen Flüchtlingen und Gemeinden. Sie wünschen sich ein Stück Heimat, auch in ihrem Glauben in der neuen Umgebung. Ihr Glaube war auf der einzige Halt. Sie haben an Christus und ihrem Glauben festgehalten, auch angesichts des unvorstellbaren Leids, das sie am eigenen Leib oder in ihrer Familie erleben mussten. Diese Erfahrung haben sie nicht vom Glauben weggebracht, sondern ihren Glauben sogar noch gestärkt. Dieser Glaube hat sie auch während der Flucht getragen. Mich beeindruckt in diesen Gesprächen, die ich führte, zutiefst, wie tragfähig und begeisternd ihr Glaube auch hier in ihrer neuen Lebenssituation ist. Ich bin sicher, diese Christen mit ihrem bewährten, bewährten heißt ja bewahrheiteten, unter Belastung bewahrheiteten Glauben, sind für uns Christen hier in Deutschland mit unserer oft etablierten und durchschnittlichen Glaubenshaltung eine tiefe Bereicherung und ein tiefer Impuls. Ich bin überzeugt, diese Menschen sind uns von Gott auch geschickt, ohne dass ich das leicht instrumentalisieren will. Und gerade in ihrem Reichtum eine Herausforderung und eine Bereicherung, eben eine Gnade. Wir haben Caritas und Malteser bislang in ihren Unterkünften und im Erzbistum Berlin allerdings nicht erlebt, dass die Verfolgung von Christen ein Massenphänomen ist. Wir haben es punktuell erlebt und wir haben es in letzter Zeit verstärkt erlebt, wobei ich mir nicht klar bin, ob tatsächlich das Ganze sich steigert oder viele sich jetzt trauen, sich zum Wort zu melden, weil andere sich auch zu Wort melden. Das muss man noch mal sehen. Wir haben keine statistischen Unterlagen. Aber ein Massenphänomen ist es nicht. Und es zeigt sich, dass diese ganzen eigene Dynamik entwickeln, nicht immer eine positive, dass es ethische Gründe gibt, Traumatisierung oder familiäre Konflikte. Ein wesentlicher Ansatz zur Vermeidung von Konflikten sind soziale Betreuung, Ausstattung der Unterkünfte, Konfliktprävention und klare Hausregeln, auch das scheint mir ganz wichtig zu sein, klare Hausregeln, sowie die Auswahl und Qualifikation der Sicherheitsfirmen. Weitere Konfliktvermeidungsmöglichkeiten sind Beschäftigung, Arbeit und Ausbildung und Zukunftsperspektiven. Nach Recherche der Caritas kann in Berlin also nicht von einem Massenfondermen gesprochen werden. Es gibt auch sehr viele positive Beispiele, sehr viele positive Beispiele, auch von einem Einsatz von Muslimen zum Schutz von Christen, auch das muss man einmal deutlich sagen. Aber es gibt sie die Vorwürfe zunehmend und es gibt sie verstärkt. Sie sind für uns eine Herausforderung. Es sind nicht Einzelfälle. Die Forderung nach einer getrennten Unterbringung von Christen und Muslimen halte ich nicht tatsächlich nach den Gesprächen auch und nach meinen Einsichten für sinnvoll. Wir leben in einem christlich geprägten Land mit Religionsfreiheit. Alle müssen dies akzeptieren, welcher Religion oder Nicht-Religion sie angehören. Es kann kein Weg sein, vor indem man eigene Unterkünfte für sie einrichtet. Natürlich ist es keine schlechte Idee, mehrere Christen zusammen in normalen Unterkünften unterzubringen. Aber die Belegungssteuerung ist schwierig und die Heimbetreiber dürfen nicht nach der Religion fragen. Es ist völlig kontraproduktiv, nach meinem Empfinden jedenfalls, Hausausweise mit einer besonders gekennzeichneten Religionszugehörigkeit auszustellen. Teilweise haben Christen Angst, sich in manchen Flüchtlingsunterkünften gegebenen extremen Minderheitssituationen zu ihrer Religion zu bekennen. Hier ist es wichtig, dass die Heimbetreiber und Mitarbeitenden für diese Problematik sensibel sind. In einer für allen schwierigen Unterkunftssituation, etwa in Massenunterkünften, steigen schnell grundsätzlich schon Aggressionen. Deshalb ist die Schaffung von kleineren Unterkünften ein wesentlicher Lösungsschritt. In Berlin leben noch etwa 10.000 Menschen derzeit in Turnhallen. Dies muss schnell überwunden werden. Letztendlich spielen die Heimbetreiber eine entscheidende Rolle für die Gestaltung des Zusammenlebens. In einer Unterkunft ist neben der inhaltlichen Konzeption auch die Auswahl von qualifizierten Personal, gerade von Sicherheitspersonal von kaum zu überschätzender Bedeutung. Zur inhaltlichen Konzeption gehört auch ein funktionierendes Beschwerdemanagement. Sprachmittler, wo notwendig, haben eine sehr wichtige Rolle auch bei Behörden. Von daher ist hier auch eine größtmögliche Sorgfalt bei der Auswahl anzugehen. Nicht wenige Flüchtlinge haben mir gesagt, dass es dann schnell zu tendenziösen Übersetzungen kommt, die dann zu einer Verschärfung des Ganzen beitragen. Als Kirche sind wir Ansprechpartner für Flüchtlinge, Heimbetreiber und auch Sicherheitsfirmen. Gemeinden stehen als solche Ansprechpartner zur Verfügung, denn jede Unterkunft befindet sich auf dem Gebiet einer Gemeinde. Darüber hinaus kann auch die Seelsorge vermittelt werden und Informationen über kirchliche Beratung stellen. Jeder christliche Flüchtling muss wissen und wir müssen es ihm dann auch in seiner Sprache deutlich machen können, an wen er sich wenden kann. Deshalb haben wir zum Beispiel einen solchen mehrsprachigen Flyer herausgegeben, der ausgelegt wird, mit allen Beratungsstellen Caritas, den Gottesdiensten der muttersprachlichen Gemeinden. Wir müssen aber noch viel dafür tun, dass wirklich alle Gemeinden ansprechbar sind für Flüchtlinge und ihre Unterkünfte. Heute Morgen habe ich eine unserer Schulen visitiert und mir ist es natürlich auch ein Anliegen, wenn mir dann Flüchtlingseltern bei dem Besuch sagen, wie schwierig es offensichtlich ist, Christen aus ihrem Kreis in den Schulen unterzubekommen. Da müssen wir noch mal nachgehen. Es ist nicht ganz einfach, wie die bevorzugung dann geschehen soll, da gibt es wieder andere Regelungen, aber das scheint mir für unsere Institution schon eine große Herausforderung zu sein, Heimat und Stabilität geben können. Ich möchte an dieser Stelle aber auch auf die besondere Bedeutung unserer muttersprachlichen katholischen Gemeinden hinweisen. Fast 25% der Katholiken im Erzbistum Köln haben nicht Deutsch zur Muttersprache. In Berlin. Gerade sie haben oft ein sehr feines Gefühl dafür, so unterschiedlich wird, Neukölln ist es auch nicht. Welches Köln meinen Sie denn jetzt? Gerade sie haben oft ein sehr feines Gefühl dafür, was bedeutet, diese muttersprachlichen Gemeinden fern der Heimat zu leben und doch hier Wurzeln zu schlagen. Viele dieser Gemeinden sind zudem international zusammengesetzt, also englisch-französisch- sprachige Gemeinden, die natürlich nicht eine Nation abdecken, sondern viele Nationen. Gerade sie zeigen sich für Flüchtlinge besonders offen und Heimat eröffnet, für Flüchtlinge aus aller Welt. Unser internationales pastorales Zentrum, der Jesuiten Flüchtlingsdienst, die Caritas, bieten inzwischen gute Schulungen für Ehrenamtliche zum interreligiösen Dialog an. Auch den zu fördern, scheint mir wesentlich zu sein. Wesentlich zu sein und ich muss sagen, da sind wir sicherlich erst am Anfang. Wir haben viele gute politische Gespräche mit Vertretern einer Religion, aber es sind eben oftmals mit politischen Vertretern und die theologischen Gespräche scheinen mir ganz dringend an der Reihe zu sein. Die Caritas möchte in Zukunft auch Sicherheitsfirmen Schulungen zur psychosozialen Betreuung von Flüchtlingen und zur spezifischen Situation von christlichen Flüchtlingen anbieten. Das Ziel ist es dabei, diese Mitarbeitenden für die besondere Situation zu sensibilisieren. Schutzbedürftig ist jeder Flüchtling, der unter Umständen von Diskriminierung bedroht ist. Das kann auch Muslime oder andere Angehörige anderer Religionen betreffen. Entscheidend ist eine Kultur der Annahme und der gegenseitigen Wertschätzung. Diese muss innerhalb der Unterkünfte gefordert werden, aber auch grundsätzlich in unserer Gesellschaft. Viele Flüchtlinge haben die Sehnsucht, hier in unserer Gesellschaft wirklich anzukommen und eine neue Heimat zu finden, auf Zeit oder sogar auf immer. Wir stehen auch als Christen hier in einer großen Verantwortung. Sie brauchen unseren Schutz genau wie alle. Gute Schritte, die schnelle Bearbeitung ihres Falls beim BMF, die Beschäftigung, geeigneter Wohnraum, gelingende Integration. Wir werden tun, was wir tun können, um das zu unterstützen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, ich danke Ihnen für Ihre Achtsamkeit und nicht zuletzt Ihnen eurer Grau dafür die große Sensibilität und für das Vertreten dieses Anliegens auch in der Öffentlichkeit. Ich würde mich freuen, wenn wir zusammen diesen Weg gehen können. ganz herzlichen Dank, Herr Erdbischof. Sie können sich schon mal nach vorne gehen, hier meine kein Problem. Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass wir gleich das, was wir schon gehört haben, natürlich ausführen, hier im Gespräch auf dem Podium und Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen, Ihren Beitrag zu leisten. Sie sehen schon die Mikrofone, also wenn Sie nachher mitdiskutieren wollen, sind Sie natürlich ganz herzlich eingeladen. Ich habe ja das Gefühl, dass dieses Thema Sie bewegt und es ist ja auch sehr eindrucksvoll, wie viele Menschen hier den Weg zu diesem Thema gefunden haben. Stefan Meining wurde schon angesprochen, von Dr. Kauder. Stefan Meining kennen Sie als Redakteur vom Bayerischen Rundfunk, der sich lange schon mit diesem Thema beschäftigt, der mehrere Berichte dazu gemacht hat, uns gleich auch einen der Berichte zeigt, aber zunächst noch ein bisschen erläutern wird, ja, über seine Recherche und das, was ihn seit zwei Jahren so intensiv beschäftigt und auch umtreibt. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist natürlich das Schönste, was es gibt für einen Journalisten, wenn ein Beitrag nicht nur im Fernsehen gesendet wird, wenn im Internet anzuklicken ist, sondern wenn man hier Bundestagsfraktion, denen auch vorführen darf. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube, dieses ganze Gebiet, auch aus journalistischer Seite heraus betrachtet, ist eine gigantische Grauzone. Denn wo beginnt Hass und Übergriff auf Christen? Ich spreche jetzt nicht von Straftaten, das ist eindeutig. Aber wo beginnt das Mobbing? Wo beginnt die Angstmacherei? Und mir ist bei meinen Recherchen sehr oft aufgefallen, dass es Signale und Zeichen sind, die für uns hier im Westen, in Deutschland relativ belanglos sind. Die aber für Menschen, die wirklich bloß ihr Leben gerettet haben, und es geht ja nicht nur um Christen, sondern auch um eine zweite Religionsgruppe, um die Jesiden, die von einem Völkermord bedroht waren und es eigentlich noch immer sind, dass für diese Menschen einzelne Wörter, wie beispielsweise bei Jesiden als Teufelsanbeter oder andere Slogans, natürlich bei diesen Menschen sofort für Angst und Panik sorgen. Denn sie wissen, was das bedeutet. Und vor allem, wenn man alleine ist, fühlt man sich noch viel, viel ängstlicher, weil man ja vertrieben wurde, teilweise wird es diesen Menschen ja auch gesagt, von den Angehörigen des sogenannten islamischen Staates, geht doch in den Westen, geht nach Europa, geht zu euren Christenfreunden. Und dann kommen sie her und befinden sich in einem Asylbewerberheim als einziger Christ oder als einzige Christenfamilie oder als einzige Jeside und sind dann verschiedensten Formen des Mobbings ausgeliefert. Es wird immer wieder diskutiert und gesprochen, dass dies mit der Enge und den Stress in den Unterkünften zusammenhängt. Ja, das mag so sein, aber bei meinen Recherchen, die jetzt nun schon einige Jahre dauern, kenne ich zahlreiche Fälle, gerade eben was dieses Mobbing angeht, die nichts zu tun haben mit Enge, natürlich mit Stress, sondern die spielen sich in ganz normalen Unterkünften, in ganz normalen Wohnungen ab. der Christ, der sich erst nach einiger Zeit zu erkennen gibt mit seinen Mitbewohnern aus Syrien, der dann plötzlich geschnitten wird, mit dem nicht mehr gesprochen wird und seine Mitbewohner plötzlich sehr, sehr laut zum Beten anfangen. Lautes Beten, niemand wird es ihnen vorwerfen, aber das Signal, das ganz bewusst ausgesendet wird, weil das Beten, das laute Beten beginnt nach dem Outing, kommt bei dem Christen ganz anders an oder das beispielsweise dann in der Asylbewerberunterkunft dann auf dem Handy irgendwelche islamistischen Videos angeschaut werden oder dass Jesiden als dreckig bezeichnet werden. Die Schwierigkeiten dann natürlich bei der Recherche ist die Überprüfung. Es wurde einmal gesagt, wer kann das bestätigen, wenn man alleine ist in diesem Heim. Sie werden den Fall einer jungen Dame sehen, eine jungen Frau, eine Assyrerin, die sich nach Deutschland durchgeschlagen hat, die hat von sexuellen Übergriffen gesprochen, also Übergriffe verbaler Art. Sie war alleine, die einzige Christin in einem Heim, zwei Frauen, die sie verteidigt haben, waren zwei sunnitische Kurdinnen, dann war sie alleine in einer anderen Unterkunft und das Mobbing ging weiter. Sie wandte sich zunächst an die deutsche Polizei, die deutsche Polizei war nicht die deutsche Polizei, sondern das Security-Personal, die abgewickelt haben. Woher weiß ich, ob das Security- Personal nun die deutsche Polizei ist, wenn ich nach Deutschland komme? Für mich war es dann erst klar, als sie mir erzählt hat, dass sie furchtbare, nach einem Angriff in ihrem eigenen Zimmer, als sie furchtbare Magenbeschwerden gehabt hat und ins Krankenhaus ging und tatsächlich gab es den Beleg des Arztes. Etwas anderes ist, was bei uns immer auch oft vergessen wird, diese Angst gegenüber Behörden, weil die Behörden im Irak und vor allem in Syrien waren Unterdrücker, vor allem gegenüber Minderheiten. Jesiden berichten es immer wieder. Und dann natürlich die Angst und die berechtigte Sorge, offen im Fernsehen aufzutreten, denn wer weiß, was dann meinen Verbanden passiert, die vielleicht noch in den Dörfern hier und dort leben oder in irgendwelchen Unterkünften sind. Auch das hört man immer wieder. Das heißt, für mich ist es immer eine sehr, sehr große Herausforderung gewesen, diese Fälle zu finden und zu dokumentieren und das Entscheidende aber, das ist Herr Kauder, Sie haben es angesprochen und Herr Bischof, Sie haben es auch angesprochen, ist, was uns fehlt, sind verlässliche Zahlen, dokumentierte Fälle, um überhaupt sagen zu können, wie weit geht dieses Problem, welchen Ausmaß hat es und um welche Fälle geht es. Und ich versuche mit meiner Arbeit hier einfach einen kleinen Beitrag zu leisten, um Fälle zu recherchieren und zu dokumentieren und ich kann Ihnen sagen, bis jetzt ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert, dass ich ein Dementi eingefangen habe auf diese Fälle, aber es ist sehr, sehr viel Mühe, diese Fälle wirklich wasserdicht durchzurecherchieren, weil sehr oft endet man im Nirwana und sehr oft ist es auch so, dass es einen Übergriff gibt in einem Heim, der Angreifer erstattet dann auch Strafanzeige, dann haben wir Aussage gegen Aussage und das Verfahren wird eingestellt und führt natürlich noch zu noch mehr Depressionen bei den Betroffenen. Diese junge Frau ist Christin. Sandy, so wollen wir sie nennen, floh aus Syrien. Sie will unerkannt bleiben. Ein assyrischer Pfarrer stellte den Kontakt zu ihr her. Mehrmals wurde Sandy in Flüchtlingsunterkünften sexuell belästigt. Ja klar, er hat gewusst, dass ich eine Christin bin. Mit Gewalt hat er versucht, an meine Telefonnummer ranzukommen und dann hat er über muslimische Männer versucht, die in dem Heim wohnten, an meine Nummer ranzukommen. Wenn ich eine Muslima wäre, hätte er sich das nicht getraut, mich zu fragen oder mich zu bedrängen. In Sandys Heimat im Nordosten Syriens vernichtet der sogenannte Islamische Staat, abgekürzt IS-Kirchen, und ermordet wie vor wenigen Tagen erneut assyrisch-christliche Geiseln. Sandy versteckt ihr Kreuz. Auch in Deutschland fühlt sie sich nicht sicher. Eines Abends, als sie allein in ihrem Zimmer war, bedrängt sie ein junger Nordafrikaner mit einem Messer. Er will sie gegen ihren Willen mit einem Freund verkuppeln. Immer wieder versuchte ich, die Tür zuzumachen. Er kam trotzdem rein und er stand in der Mitte des Zimmers. Ich sagte ihm, ich weiß, wer dich geschickt hat, das war Karim. Da fing ich an zu schreien. Er fing an zu zittern und ist abgehauen. Sandy ist kein Einzelfall. Bei unseren Recherchen stellen wir fest, immer wieder greifen islamistische Asylbewerber christliche oder jesidische Flüchtlinge an. Offizielle Zahlen gibt es nicht, aber Verbandsvertreter stellen fest. Man spricht von Auseinandersetzung, sodass der Eindruck entsteht, dass da zwei Parteien sich feindlich gegenüber gestanden haben, aber tatsächlich waren es hier Angriffe und der Motiv war der Hass auf das Christentum oder jesidentum. Bislang völlig unbekannt, der Fall von Marder, einem Christen aus Eritrea. Marder wurde gemeinsam mit seinen Freunden in einer Heimanlage in Forst in Brandenburg untergebracht, zusammen mit Flüchtlingen aus Tschetschenien. Diese Leute, diese Tschetschenen waren Muslime und ich glaube, so wie sie sich benahmen, waren sie radikal. Sie hassten Christen, sie sagen, fickt Christen. Am 20. August 2014 eskaliert die Lage. Tschetschenen stürmen die Zimmer der Eritrea. Fast alle sind Christen. Zwei Menschen wurden aus dem zweiten Stock auf die Straße geworfen. Exklusive Fotos vom bislang wohl schlimmsten Angriff auf christliche Asylbewerber in Deutschland. In Panik hatten die Opfer versucht, ihre Zimmertüren und Fenster zu verbarrikadieren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Marder wurde am Kopf verletzt. Er ist empört, weil die zuständigen Stellen vor Ort trotz Warnungen im Vorfeld nicht entschlossen genug handelten. Wir gaben ihnen einen Brief und wir baten, sie nach einer Lösung zu suchen. Weil wir uns Sorgen machten. Die Tschetschenen mögen uns nicht. Sie hassen uns. Sie und sogar ihre Kinder beschimpften uns. Aber nichts wurde unternommen. Auf Anfrage erklärt das zuständige Landratsamt uns wurde, Zitat, Im Vorfeld zu den Vorkommnissen am 20. August 2014 nichts bekannt. Der Rechtsanwalt der Eritreer teilt diese Ansicht nicht. Er spricht von einem geplanten Überfall. Die Tschetschenen haben im Vorfeld alles vorbereitet, haben die Frauen und Kinder schon aus den Häusern rausgeholt. Und wenn man dann sieht, dass das nachts um 2.30 Uhr losgegangen ist, kann man hier nicht von einer Massenschlägerei sprechen, die einfach mal so zwischen den beiden Gruppierungen da entstanden ist. Wir fahren weiter Richtung Nordrhein-Westfalen. Vor wenigen Tagen wurde der Jeside Saman von einem Asylbewerber, einem IS-Sympathisanten, nach einem Willkommensfest für Flüchtlinge brutal niedergeschlagen. Saman fiel in Ohnmacht und brach sich dabei einen Finger. Saman floh aus dem Nordirak, dort wo der IS einen Vernichtungskrieg gegen die Jesiden führt. Das Interview führen wir im Haus eines Bekannten. Mit dabei ein Freund Samans, ein Muslim. Er stand ihm im Heim zur Seite. Er hat meinem Freund erzählt, wenn man den Jesiden die Köpfe abschneidet und das Blut daraus trinkt, erlaubt das der Glauben. Ich bin dann auf ihn zugegangen und habe ihm gesagt, aus meiner Sicht liegst du da falsch. Das ist nicht richtig, was du gesagt hast. Dann hat er mich dreimal mit einem Kopfstoß verletzt. Der muslimische Freund bestätigt die Aussagen von Saman. Anonym. Der IS-Sympathisant hat mir erzählt, wenn man sie köpft und ihr Blut trinkt, ist das in Ordnung, weil die Jesiden keine Menschen sind. Und er hat auch andere unschöne Dinge gesagt. Ich habe mich sehr aufgeregt und meine Stimme erhoben. Es hat mir wehgetan, dass er so über meinen Freund geredet hat. Mike Malki kennt zahlreiche Fälle wie diese. Er kann nachvollziehen. Dass man nicht den Hintergrund jedes Flüchtlings durchleuchten kann, der nach Deutschland kommt. Es kann aber nicht sein, dass die religiösen Minderheiten, insbesondere die Christen und Jesiden, hierfür die Rechnung bezahlen müssen in den Erstaufnahmenlagern. Deshalb fordern wir eine getrennte Unterbringung dieser religiösen Minderheiten und insbesondere der Christen und Jesiden von den Muslimen. Was halten die Bundesländer von dieser Forderung? Das Ergebnis unserer Umfrage, es gibt keine einheitliche Linie. So erklärt Rheinland-Pfalz, bei der Zimmerbelegung in den Erstaufnahmeeinrichtungen wird grundsätzlich immer auf ethnische, religiöse und auf nationale Zugehörigkeit Rücksicht genommen. Berlin meint dagegen, zur Vermeidung von Konflikten ethnische und religiöse Gruppen generell getrennt unterzubringen, ist in der aktuellen Situation weder erwünscht noch umsetzbar. Die syrische Christin Sandy wird jetzt in einem Pfarrheim untergebracht. Ein Happy End. Nach schwierigen Monaten in deutschen Flüchtlingsheimen. Vielen Dank, Stefan Meining, für diesen eindrucksvollen Bericht und auch für Ihre Einführung. Sie bleiben uns ja noch etwas erhalten, also wenn nachher noch Fragen kommen, dann können Sie natürlich auch noch was dazu sagen. Ich würde aber gerne hier die Diskussion auf dem Podium eröffnen und dem Satz gemäß, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit, eben auch für dieses Thema jetzt mal genau hinzuschauen. Wie sieht denn die Wirklichkeit aus? Und da würde ich gerne beginnen mit Ihnen, Pfarrer Martens, von der selbstständigen evangelisch-lutherischen Dreieinigkeitsgemeinde in Steglitz. Vielleicht nochmal wichtig zur Klarstellung, es ist keine Gemeinde, die zur evangelischen Kirche in Deutschland gehört, sondern wirklich eine selbstständige Gemeinde, eine zweisprachige Gemeinde. Zu ihr gehören ungefähr 800 Farsi- und Dari-sprachige Gemeindemitglieder. Und es werden ganz viele Menschen bei Ihnen getauft, jedes Wochenende. Sie hatten also ein arbeitsreiches Wochenende, haben Sie mir eben erzählt, 23 Taufen. Was berichten Ihnen Ihre Gemeindemitglieder, wie sie aufgenommen werden, die Flüchtlinge, die zu Ihnen kommen? Wie sehr merken Sie, dass sie auch angegriffen werden, weil sie Christen sind? Sie müssen hier richtig kurz... Ja, ich danke ganz herzlich, dass ich die Möglichkeit habe, darüber auch hier in diesem Kreis zu sprechen, weil mir wirklich daran liegt, die Stimme derer zu Wort kommen zu lassen, die selber betroffen sind. Dass nicht über sie geredet wird, sondern dass sie selber einfach auch von dem berichten können. Was wir gerade in der Reportage gesehen haben, deckt sich voll und ganz mit dem, was ich Woche für Woche erlebe, auch an neuen Fällen. Wir haben gerade jetzt neulich mal in der Muttersprache unserer Gemeindeglieder, also auf Farsi, eine Umfrage gemacht, wo sie einfach auch mal auf Farsi ihre Berichte schreiben konnten. Wir haben allein in unserer Gemeinde fast 200 solcher Berichte gesammelt, die zurzeit jetzt gerade ausgewertet werden. Und da sind noch nicht die neuesten Fälle dabei. Gerade jetzt vor einigen Tagen kam wieder einer mit einigen Pflastern auf der Brust, der wieder mit einem Messer angegriffen worden ist in seinem Heim, weil er Christ ist. Es sind eine ganze Reihe gekommen, die aus ihrem Heim fliehen mussten, weil sie so bedroht wurden, dass sie da nicht mehr bleiben konnten. Die mir sagten, nach vier Monaten konnten wir zum ersten Mal ohne Angst wieder schlafen. Das sind also Fälle, mit denen wir Woche für Woche zu tun haben, auch in dem gesamten Spektrum, was eben ja schon dann benannt worden ist. Und mir liegt einfach daran, dass wir auch heute in diesem Gespräch zum einen einfach nochmal darüber reden, wie kann es sein, dass von dem, was diese Menschen dann direkt auch vor Ort in den Heimen erfahren, so wenig bis an die Heimleitung dringt. Und das andere, was mir ein großes Anliegen ist, ist, dass wir wegkommen von manchen Scheinalternativen in der Frage der Unterbringung, die ich eben schon in den Voten gehört habe. Vielen Dank erstmal. Wir reden natürlich gleich auch nochmal darum, was aus Ihrer Meinung dann eine sinnvolle Forderung wäre. Aber ich würde ganz gerne erstmal einfach die Runde machen, dass jeder hier einmal zu Wort kommt. Herr Professor Hirte, dort, wo Sie zu Hause sind in Köln, da im Schatten des schönen Doms, da sieht man ganz deutlich, hier ist das Christentum zu Hause. Ansonsten vergisst man das ja manchmal in Berlin, kann man ja das auch schon mal vergessen, weil es so deutliche, große Zeichen nicht gibt und weil natürlich hier weniger Menschen der Gemeinde angehören als in Köln. Tut mir leid, Herr Erzbischof, aber das ist doch eine Erfahrung als Rheinländerin. Ich komme auch aus dem Rheinland als Protestantin im katholischen Rheinland aufgewachsen, zu Zeiten, als Ökumene echt noch ein Fremdwort war und auch, als es noch ziemliche Schwierigkeiten zwischen Katholiken und Protestanten gab, über die wir heute gar nicht mehr reden. Herr Hirte, wenn Sie das hören, dann kann man, was Herr Martens sagt, dann kann man ja eigentlich nicht mehr davon ausgehen, dass es Einzelfälle sind. Was finden Sie, also was ist Ihre Wahrnehmung als Leiter des Stephanuskreises? Was kommt Ihnen zu Ohren? Welche Berichte hören Sie? Und wie denken Sie, wäre es sinnvoll, darauf zu reagieren? Ja, zunächst mal herzlichen Dank. Und in der Tat, wir haben uns im Stephanuskreis, und das möchte ich auch ganz deutlich sagen, schon sehr früh mit der Frage beschäftigt, schon zweimal große Sitzungen gemacht, im letzten Jahr schon, als die ersten Berichte kamen, und wir dachten, dieses Thema müssen wir unbedingt näher verfolgen, dem müssen wir uns widmen, und haben deshalb auch intensiv über mögliche Lösungsansätze diskutiert. Ich glaube aber zunächst mal, Sie haben ja gefragt, wie ist die tatsächliche Wahrnehmung? Und ich habe mich dann, Herr Koch kommt aus Köln, insofern hat er sich vielleicht eben unabsichtlich versprochen, ich habe mich natürlich auch im richtigen Köln erkundigt, wie die Lage dort ist, und bei uns jedenfalls, nach Gesprächen mit dem Kölner Erzbischof, auch mit dem Polizeipräsidenten, der Oberbürgermeisterin, auch mit dem Chef der Caritas in Köln, sind diese Berichte so, wie wir sie jetzt hier gehört haben, nicht uns zu Ohren gekommen. Das heißt wiederum nicht, und das macht die Sache ja so kompliziert, dass es das nicht gibt. Wir sehen aber, und das ist jedenfalls unser Eindruck, unsere Wahrnehmung im Stephanuskreis gewesen, dass es regionale Unterschiede gibt. Es gibt Unterschiede, was die Heime angeht. Offensichtlich ist es in den christlich betreuten Heimen, wir haben mit den Maltesern etwa auch gesprochen, aber auch mit anderen Institutionen gesprochen, anders als in staatlichen Heimen. Und die Heime, die wir hier in Berlin haben, sind Heime, die in staatlicher Hand sind, wo möglicherweise nicht in der gleichen Weise auf Religionsfreiheit geachtet wird, als gerade etwa in christlichen Heimen. Denn für uns ist die Akzeptanz anderer Religionen schon ein wichtigeres Gut, als möglicherweise für Staaten, auch für Bundesländer, in denen das etwas anders gesehen wird. Wir haben auch die Diskussion hier auf dem Podium, zeigt das schon, natürlich ganz, ganz unterschiedliche Gruppen. Und die Berichte, die wir bekommen haben, reflektieren das auch. Wir haben mit Christen zu tun, Erzbischof Koch hat das eben erwähnt, die in ihren Heimatländern schon verfolgt waren und wo wir natürlich mit besonderem Engagement, gerade auch im Stephanuskreis, uns für einsetzen. Wir haben aber umgekehrt auch mit Christen zu tun, die in ihren Heimatländern konvertieren und die dann schon in ihren Heimatländern in einer ganz besonderen Bedrohungssituation sind. Da das Recht auf Glaubensfreiheit auch das Recht zum Wechsel der Religion beinhaltet, und das betonen wir immer, ist das natürlich eine besonders große Konfliktlage. Aber das muss man einfach sehen, dass es diese Fälle gibt. Und Pfarrer Martens, der ja gerade auch mit dem Iran zu tun hat, ist mit diesen Fällen, natürlich mit diesen besonders schwierigen Fällen, natürlich auch konfrontiert. Und wir haben auch mit Fällen zu tun, auch das wurde schon erwähnt, wo hier in Deutschland konvertiert wird. Und da sehen wir auch große Unterschiede zwischen den Religionen. Da muss man dann natürlich auf der anderen Seite sehen, dass in Einzelfällen auch berichtet wird, dass die Verfolgerseite sehr, sehr unterschiedlich ist. Wir haben Berichte, etwa, dass Aleviten zum Teil von Moslems als Christen wahrgenommen werden. Umgekehrt werden Aleviten von Christen als Moslems wahrgenommen. Das ist bei der Frage, was ist eigentlich die Wirklichkeit, mit der wir uns beschäftigen, sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Und auf der anderen Seite haben wir auch Fälle, gerade Syrien gehört dazu, wo das Assad-Regime ja mit manchen christlichen Kirchen auch zusammengearbeitet hat, wo dann hier auch argumentiert wird, die Konfliktlage ist so, dass manche von denen, die hier jetzt ankommen, auch auf der Verfolgerseite jedenfalls unterstützt worden sind. Und das macht uns als Politik, ich sage es noch mal, das Betrachten der Wirklichkeit, macht uns das Handeln sehr schwer. Wir sind in einem Punkt, und das, glaube ich, ist das, was man vielleicht vorwegnehmen sollte, uns relativ einig inzwischen. Es ist außerordentlich schwierig, Einzelfällen mit den Mitteln des Strafrechts nachzugehen. Sie haben dann immer Aussage gegen Aussage. Wir sind uns ziemlich weit inzwischen einig, dass man an den institutionellen Rahmenbedingungen etwas machen muss, damit überhaupt das Verhältnis zu Religion, damit die Verhältnisse auch in den Flüchtlingsheimen so sind, dass alle Religionen gelebt werden können. Und da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen mehr zu sagen. Das Problem, was sich dann stellt, ist etwas, was sozusagen ganz, ganz heikel ist. Aber ich glaube, wir müssen das angehen. Wir als Bund müssen dann zu Fragen der Religion etwas tun. In einem Land, was die Religion, ich habe das Stichwort Entchristlichung in diesem Bereich einmal vor einigen Tagen auch in die Welt gesetzt, wo die Religion seit Jahren, seit Jahrzehnten auf dem Rückzug ist. Wir müssen eigentlich als Bundesrepublik Deutschland Verständnis schöpfen. Wir müssen Verständnis werben. Wir müssen letztlich auch in Flüchtlingsheimen religiöse Erziehung anordnen, um die gegenseitige Toleranz in diesem Land zu ermöglichen, um Religionsfreiheit zu gewährleisten. Aber das sind Entwicklungen, wo wir am Anfang stehen, auch in der Frage, wie wir das am Ende auch rechtlich umsetzen können. So viel für den Moment. Vielen Dank, Herr Hirte. Ich würde gerne zur Seite der Polizei kommen. Herr Wolfram Pemm, Sie leiten die Zentralstelle Prävention beim Landeskriminalamt Berlin, sind seit 1990 schon bei der Polizei in Berlin kennen, also viel. Was hat sich, oder wie sehr sind diese Berichte Einzelfälle, die wir hören? Oder sagen Sie, da gibt es ein strukturelles Problem? Wie ist es aktuell in Berlin? Also Fakt ist, glaube ich, dass das Hellfeld, was wir jedenfalls kennen, und die Fälle, die bei der Polizei tatsächlich ankommen, jetzt in einer anderen Größenordnung sich darstellen, als das, was Herr Martens jetzt darstellt. Also ich glaube, da gibt es schon mal eine große Differenz. Also ich sage, wir haben nur relativ wenige Fälle tatsächlich, wo bekannt wird oder ermittelbar ist, dass sozusagen Religion Auslöser oder Ursache für entsprechende Straftaten und Konflikte tatsächlich ist. Problem, was wir aber sehr wohl auch erkennen, dass die Tatsache, dass die Sachen bei uns nicht ankommen, nicht zwangsläufig bedeutet, dass es diese Vorfälle oder dass es entsprechende Probleme nicht tatsächlich gibt. Also dieser Diskrepanz sind wir uns sehr wohl bewusst, versuchen auch als Polizei Berlin, dem, ich sage es mal, ein bisschen auf den Grund zu gehen, indem wir für jedes Flüchtlingsheim in Berlin einen personifizierten Ansprechpartner benannt haben, um sozusagen relativ dicht dran zu sein und sozusagen die Kommunikationswege einfach ein Stück weit zu verkürzen. Aber das ist natürlich trotzdem, nicht so einfach und die Frage, wie stellt sich die Lage tatsächlich dar und wie ist die Situation in den Heimen, glaube ich, ist nicht so einfach zu beantworten und ist, glaube ich, auch nicht pauschal für alle Heime tatsächlich zu beantworten, sondern die Situation mag auch sozusagen von Unterkunft zu Unterkunft noch wieder ein Stück weit unterschiedlich sein. Hängt es Ihrer Meinung nach mit der Größe der Unterkunft zusammen, dass es da mehr Übergriffe gibt, wenn es große Unterkünfte gibt? Na, Rahmenbedingungen zumindest spielen schon auch eine Rolle. Also natürlich, umso ungünstiger Rahmenbedingungen sind und umso größer ein Heim ist, umso weniger Privatsphäre vorherrscht, umso länger dann auch Leute in solchen eigentlichen Not- und Erstaufnahmeeinrichtungen ja verbleiben müssen, die dafür nicht geschaffen sind, dass Leute da über Monate eigentlich bleiben, sozusagen. umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich Konflikte einfach auch hochschaukeln, entladen oder dass manchmal sozusagen dann ein Anlass einfach nur noch gesucht wird oder hochkocht. Und das können dann natürlich auch religiöse Dinge sein, die dann vielleicht den Anlass bieten, dass dann ein Konflikt eskaliert und aufbricht. Und was tun Sie dann genau? Also wenn jemand sich meldet, entweder bei der Security oder direkt bei der Polizei und sagt, ich werde hier angegriffen, weil ich Christ bin, was passiert dann weiter? Also ein Problem ist mir schon ein bisschen geschildert worden, wenn derjenige bei der Security sozusagen aufläuft, dann ist die Frage, landet es dann am Ende tatsächlich bei der Polizei? Also da müssen wir schon auch nochmal überlegen, sozusagen, wie sehr wird das auch weitergegeben? Wir ermutigen die Heimbetreiber und auch die Security tatsächlich alle strafrechtlich relevanten Vorfälle auch zur Anzeige zu bringen, ob das tatsächlich so ist. Ich glaube, auch da kann man nochmal ein Stück weit Zweifel haben und sagen, nee, wird wahrscheinlich nicht so sein. Jedenfalls das, was wir auch so auf der Außenbahn, will ich es mal sagen, hören dazu. Wenn ein Vorfall polizeilich bekannt wird, dann wird natürlich ein Stück weit das gemacht, was bei anderen Straftaten ja auch gemacht wird. Die Leute werden vernommen, sofern man ihnen denn habhaft wird und man sie vernehmen kann, weil sie entsprechenden Aufforderungen nachkommen und sie auch Aussagen machen wollen. dass da häufig Aussage gegen Aussage steht. Ich sage, es ist wie in vielen anderen Konfliktsituationen und gerade in Körperverletzungsdelikten und Ähnlichem ist so und dann werden wir bestimmte Dinge auch nicht abschließend klären können. Die Frage, die, glaube ich, viel entscheidender ist, wie geht man neben der strafrechtlichen Aufklärung ansonsten mit dem Konflikt um? Also ich glaube, schlecht ist beispielsweise, wenn die Reaktion auf eine Körperverletzung, die begangen wird in einem sehr großen Heim, die Verlegung sozusagen derjenigen ist, die sozusagen Gewalt ausgeübt haben und die am Ende in ein besseres Heim verlegt werden. Also ich sage mal, das ist sozusagen eine Konsequenz, die dann an den Tag gelegt wird, die ja eher ein schlechtes Zeichen setzt für alle Beteiligten. Ist aber auch schon passiert dann. Das, denke ich, ist schon vollkommen, ja. Also auch da haben wir natürlich das Problem ein Stück weit, dass, also es wird ja viel von Konsequenz gesprochen, auch zu Recht aus meiner Sicht, aber das Problem ist natürlich, welche Konsequenzen wollen wir tatsächlich ziehen? Also weil auf die Straße setzen, das dürfen die Verantwortlichen letztendlich die Leute auch nicht und insofern ist die Frage, es ist gesagt worden, Regeln sind wichtig, das sehen wir ganz genauso, verbindliche Regeln für die entsprechenden Heime und für die Unterkünfte, wo sich alle dran halten müssen. Das Problem ist, es bestehen nicht so richtig viele Sanktionsmöglichkeiten. Was bräuchte die Polizei, um damit besser umgehen zu können? Na, also ich sage es mal, ein wichtiger Baustein wäre tatsächlich eine größere Anzeigebereitschaft und dass uns die Sachverhalte, die tatsächlich geschehen, tatsächlich zur Anzeige gelangen, damit wir, und das ist ja hier, denke ich mal, unisono auch ein bisschen bemängelt worden, tatsächlich ein griffigeres und aussagekräftiges Lagebild tatsächlich haben, weil nur wenn wir das haben, können wir natürlich auch sagen, was sind denn eigentlich die sinnvollen und erforderlichen Maßnahmen, um die Situation zu verbessern? Das ist, glaube ich, ein Hauptpunkt dabei. Vielen Dank erstmal, Herr Pems, das ist die Seite der Polizei. Frau Probst, Sie sind, wie Herr Kau, der gesagt hat, interkulturelle Trainerin, von Haus aus Islamwissenschaftler, aber zu der Sache kommen Sie im Moment gar nicht, weil Sie sich so engagieren in der Flüchtlingsarbeit, eigentlich nur 20 Stunden, aber das wäre natürlich mehr als Ehrenamtskoordinatorin eine Erstaufnahmeeinrichtung hier der AWO in Berlin. Was ist denn Ihr Eindruck, Ihre Wahrnehmung, weil Sie sehen ja vielleicht auch Dinge, die noch gar nicht unbedingt zur Anzeige kommen. Was ist da Ihre Wahrnehmung? Genau, also ich denke auch, dass ich hier sitze, weil ich eher eine Flüchtlingstilfe bin, weniger als interkulturelle Trainerin, das ist dann ja nicht meine Zielgruppe. Ich bin seit zwei Jahren in dieser Erstaufnahmeeinrichtung, habe aber auch sehr intime Einblicke in viele andere Heime und auch mich sehr engagiert im interreligiösen Dialog und aufgrund dessen Kontakt zu sehr, sehr vielen christlichen Flüchtlingen, die auch aufgenommen wurden, teilweise von der syrisch-orthodoxen Kirche in Berlin hier. Der Bischof Hanna ist da sehr aktiv und habe mich mit sehr, sehr vielen Menschen unterhalten, sowohl in den Heimen, mit den Betreuern und auch mit den Flüchtlingen selbst und denke auch, es ist unglaublich schwierig, da wirklich ein Lagebild zu erhalten, weil es wirklich alles gibt. Es gibt Fälle, die einen sehr schockieren und berühren. Es gibt aber auch Fälle, wo... Ich nehme das Mikrofon, ich muss ihn hören. Wir hatten auch Fälle, wo Christen auf uns zugekommen sind und gemeint haben, wir werden diskriminiert aufgrund der Tatsache, dass wir Christen sind und wenn man das dann näher betrachtet hat, waren diese Vorwürfe haltlos, weil die Menschen einfach so traumatisiert waren, so überängstlich aufgrund ihrer Geschichte, dass sie wirklich gemeint haben, wenn ihnen irgendwas Böses widerfährt, dann ist das aufgrund der Tatsache, dass sie Christen sind, was oft haltlos war. Andere wieder haben wirklich grauenhafte Dinge erlebt. Seltener habe ich von körperlichen Attacken gehört, aber sehr viel von subtilem Mobbing, an dem die Menschen natürlich langfristig auch zerbrechen. Also ich würde mich Herrn Hirth und Herrn Koch anschließen, dass ich kein Massenphänomen sehe, aber dennoch die hunderte von Fällen, die es definitiv gibt, gibt es natürlich zu viel. Das ist ganz klar. Dennoch denke ich, und hier würde ich mich von Herrn Martens abgrenzen, dass es durchaus Maßnahmen gibt, die tragen können, in den Heimen, in den Einrichtungen, wo es wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist, wie damit umgegangen wird und wie die Möglichkeiten sind, dass da schon geholfen werden kann, ohne dass man gleich eine Trennung vornehmen muss. Und bei Ihnen, Sie arbeiten ja in einer Einrichtung, die ganz schön im Grünen liegt, haben Sie mir beschrieben. Ist das ein Unterschied, ob es da einfach Platz gibt oder ob es eine riesige Unterkunft gibt? Haben Sie da Erfahrungen gemacht? Genau, also ich denke, die meisten Fälle, die mir zu Ohren gekommen sind, wo Menschen sehr gelitten haben, waren Turnhallen, Traglufthallen, waren große Unterkünfte, wo die Leute sehr aufeinander sitzen. Wir haben wirklich das Glück, dass wir in einem ehemaligen Vivantes-Klinikum untergebracht sind, wo die Leute in Zimmern sind, wo es im Grünen ist, wo man sich aus dem Weg gehen kann, wo sehr, sehr viele Ehrenamtliche sich engagieren, weil das Umfeld dafür gemacht ist, wo die Leute beschäftigt haben, in viele Projekte eingebunden sind. Ich denke schon, dass das entscheidend ist, sehr. Und auch der Betreuungsschlüssel. Herr Kaut hatte vorhin schon kurz darauf hingewiesen, dass Sie wahrscheinlich mit dem Thema kommen. Das ist richtig. Also ich denke schon, dass Sozialbetreuer, die einen engsten Kontakt zu den Bewohnern haben, optimalerweise so geschult sind, dass sie auf Probleme eingehen können und da eine ganz wichtige Schlüsselrolle spielen. Ich glaube schon, dass die Art der Unterbringung entscheidend ist, ja. Vielen Dank, Frau Probst, bis hierher. Herr Cetin, Sie sind Vorsitzender der größten Moschee hier in Berlin und die ist am Kolumbiadamm, die Isse-Hedlik-Moschee und direkt am Kolumbiadamm ist ja auch der alte Flughafen Tempelhof und dort sind sehr viele Flüchtlinge untergebracht. Dort gab es Übergriffe gegen Christen. Wie erfahren Sie das aus Ihrer Warte? Wie wird bei Ihnen darüber gesprochen? Und was lehren Sie zum Umgang mit Christen? Aus der praktischen Erfahrung sehe ich das so ähnlich wie Herr Pemp. Religion ist nicht der Grund bei den Konflikten. Das sehen wir jetzt in der Erfahrung auch, wo wir mit muslimischen, aber auch nicht muslimischen oder unterschiedlichen Konfessionen auch sprechen. Es geht in der Regel um soziale Probleme. Also manche, zum Beispiel im Tempelhofer Feld da bei dem Notunterkunftslager, da ist es so, dass man eigentlich nur bis zu drei Monaten bleiben sollte, aber manche sind schon bis zu acht Monaten. Das Problem mit dem Duschen, sie müssen raus aus dem Tempelhofer Feld, ein paar hundert Meter weiter. Das ist für viele nicht einfach. Viele Leute kennen einfache Sachen wie an der Schlange stehen zum Beispiel gar nicht. Dann entstehen Eigendynamiken. Also es ist tatsächlich so, dass dann auch Religion oder auch Ethnie eine Rolle spielen kann. Das kann auch der Sunnite gegen den Sunniten sein, zum Beispiel der Syrer gegen den Afghanen oder so. Und manchmal werden auch die sunnitischen Muslime gemobbt. Aber das ist sehr unterschiedlich, aber das liegt tatsächlich nicht da. Das ist einfach zu einfach, wenn man es wirklich nur auf die religiöse oder auf die ethnische Schiene schieben will. Aber was dennoch für uns theologisch von der Moschee aus wichtig ist, dass wir dennoch die Muslime irgendwo versuchen abzuholen, da wo sie stehen. Sie sind nicht gebildete Muslime, sie sind im Allgemeinen nicht gebildete. Es gibt Akademiker unter ihnen, sehr viele, aber sie kommen aus schlichten Verhältnissen. Im Prinzip sind sie ja von den Radikalen geflüchtet. Das muss man ja auch immer wieder vor Augen halten. Und sie bringen auch eine Bereicherung mit. Denn in Syrien war es bis vor kurzem auch noch ganz selbstverständlich, dass Juden, Christen, Muslime gemeinsam gelebt haben. Und das wird hier erst, teilweise haben wir von Muslimen gehört, dass es erst hier in den Notunterkunftseinrichtungen thematisiert wird, dass es doch wichtig ist, Muslim oder Christ zu sein oder sonst was zu sein. Aber wer thematisiert es denn dann? Ja, und da muss man halt aufpassen, dass es nicht eben zu den Rattenfingern kommt tatsächlich. Und ganz oft erleben wir das auch, dass es Einzelne, nicht viele, aber Einzelne, es gibt die, ich mag diesen Begriff des islamistischen Extremismus nicht, aber nun mal ist der etabliert in der extremistischen Szene, wo wir im Gesamten als Muslime die Moscheevereine auch eben uns klar dagegen stellen. Es gibt mittlerweile auch Projekte darüber. wo wir eben bei der Deradikalisierung unterstützend wirken. Aber im Themenbereich der Flüchtlinge, da sind wir aufklärerisch tätig, ehrenamtlich. Da gibt es zurzeit auf lokaler Ebene keine Projekte, wo wir unterstützt werden. Dennoch findet jede Woche etwas statt. Und zwar findet eine Aufklärung statt, zum einen, dass wir in Deutschland leben und na klar gibt es hier Gesetze, wo es um Religionsfreiheit geht. Es wird betont und genauso wird es in der Theologie aber auch betont. Und das stimmt überein. Es gibt den Vers zum Beispiel, wo es heißt, Gott erschafft verschiedene Völker und verschiedene Stämme. Wenn er wollte, dann hätte er euch zu einer Gemeinschaft machen können, aber er wollte es nicht. Das ist eine Vielfalt. Oder der Prophet wird ermahnt, indem er gesagt wird, du bist nicht der Wächter über sie. Oder es gibt keinen Zwang im Glauben. Oder, oder, oder. Es gibt so viele Verse, wo es um die aktive und um die passive Religionsfreiheit geht. Das wird sehr, sehr stark in der Theologie betont. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Eigentlich müssten wir Herr Martens auch noch unterstützend wirken, denn das haben wir auch bei lokalen Medien mehrfach betont. Und zwar, wenn ein Muslim zum Beispiel in einem Flüchtlingsland, das kommt ja vor tatsächlich, haben wir das auch erlebt, ein Christ wird und er wird von seinen muslimischen Mitbrüdern sozusagen dann gemobbt, weil er Christ wird, dann müssen wir leider, leider Gottes, auch wenn es mir nicht gefällt, unseren muslimischen Mitbrüdern und Mitgeschwestern sagen, es ist seine eigene Freiheit. Der Mensch soll da in der Religion sein, wo er sich zu Hause fühlt und wenn das nun mal das Christentum ist, dann muss man das genauso respektieren. Denn ich gehöre einer Religion an, die jeden Menschen als ein Paradieskandidatin betrachten muss. Es geht nicht anders. Jeder Mensch ist ein Zeichen Gottes und wenn ich Flüchtlingsarbeit mache, dann frage ich nie, ob der Muslim ist oder Christ ist oder Atheist. Es geht um den Menschen in erster Linie. Aber inwieweit fühlen Sie sich als Vorsitzender der Moschee in der Pflicht, Christen zu schützen? Ich sehe mich absolut in der Pflicht, Christen zu schützen, genauso wie ich mich auch in der Pflicht sehe. Auch unsere eigenen Rechte, was wir ja auch in dieser Demokratie haben. Manchmal sagt man ja, naja, ihr wollt hier sehr viel Recht, aber in euren Herkunftsländern ist das aber nicht so. Entschuldigung, ich bin mal jetzt so frech, dass ich sage, ich bin aber ein deutscher Muslim, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich kenne nun mal nichts, kein anderes Land, ich habe nicht in einem anderen Land gelebt und ich kenne auch die Werte und die Normen hier und ich muss auch dazusehen, dass ich auch um meine eigenen Rechte irgendwie, genauso gehört es aber zu meiner theologischen und zu meiner Bürgerpflicht, so sehe ich das auf jeden Fall, dass ich den Christen oder den Atheisten oder den Jesiden auch beschütze, weil er eine, wie gesagt, weil er ein Geschöpf Gottes ist, weil er gerade als Christ eine Geschwisterreligion mit mir teilt. Also unsere Gemeinsamkeiten sind hier viel, viel mehr und hinzukommend ist es auch so, dass wir als Menschen, als Muslime die gesamte Menschheit als Kinder Adams sehen. Jeder ist ehrwürdig mit Würde erschaffen und meine Religion gebietet mir, dass ich ihn in dem Sinne auch beschütze, respektiere. Letztendlich könnten wir da zusammenarbeiten, aber viele Institutionen möchten nicht mit Muslimen oder mit Moscheen arbeiten, weil sie uns eher als ein Problem sehen und nicht Teil der Lösung, während sie können uns ja jederzeit besuchen, auch in den DITIB-Moscheen. Wir können Teil der Lösung sein, nur man muss auch bereit sein und offen sein, das zu thematisieren und ich befürchte, wenn diese Thematik jetzt hier sich zuspitzt, dass man immer wieder betont, ihr seid die Christen und ihr seid die Muslimen und irgendwie muss das separat sein, dass man genau den Rattenfängern das in die Hände zuspielt und sagt, seht ihr, da werdet ihr wieder diskriminiert oder ihr seid wieder in einer Gruppenfunktion drin. Aber sie sind ja hier und werden auch gehört und können, dann können wir direkt Ihre Idee, dass sie eben nicht Problem sind, sondern Teil der Lösung, würde ich gerne Herrn Martens fragen, würden Sie das auch so sehen, dass jemand wie Herr Cetin mit der Moschee am Kolumbiadamm ein Teil der Lösung sein könnte? Es wäre für mich sehr wünschenswert, weil auch mir es absolut fernliegt, jetzt einfach irgendwelche Grundsatzdiskussionen zum Thema Christentum und Islam in dieser Frage zu führen. Mir geht es jetzt wirklich ganz praktisch um die betroffenen Menschen, wie man mit ihnen umgeht. Ich selber erlebe es zum Beispiel immer wieder, dass muslimische Wachleute sich bei mir melden und sagen, was da in den Heimen mit den Christen geschieht, was uns meine eigenen Kollegen machen, als Wachschützer, ist unglaublich, aber wir trauen uns natürlich nicht darüber zu reden, weil wir unseren Job verlieren würden. Das bedeutet, ich habe wiederholt schon, gerade auch mit Muslimen gesprochen, gerade in diesem Bereich, die selber diese Problematik sehr klar sehen. Wenn dies möglich wäre, dass auch aktiv Vertreter des Islam in die Heime reingehen und das Thema Religionsfreiheit so vermitteln, wie das gerade Herr Cetin in einer sehr schönen Weise gemacht hat, dann ist das natürlich vollkommen in unserem Sinne. Uns geht es hier nicht um einen Religionskampf in den Heimen, überhaupt nicht. Wir machen allerdings durchaus die Erfahrung, dass es auch von religiöser Seite andere, also von islamischer Seite auch andere Vertreter gibt, die in die Heime reingehen. Auch da sind wir eben nicht ganz einfach nur so, dass alle auf ihrer Linie da liegen und dass zum Teil da durchaus dann Konflikte eher noch angeheizt werden. Auch beides gibt es. Es gibt das Positive und ich würde mir wirklich wünschen, dass diejenigen, die die Dinge so sehen wie Sie, dass sie ganz verstärkt da auch in die Heime reingehen. Wir müssen aber das andere eben auch wahrnehmen. Es ist natürlich gruppendynamisch immer wieder so, dass oft eine kleinere Gruppe schon ausreicht, um eine größere Gruppe dann zu radikalisieren. Das ist eine soziologische Gesetzmäßigkeit, die wir natürlich wahrnehmen. Wir müssen allerdings auch wahrnehmen, nicht alle, die geflohen sind, sind vor Radikalen geflohen, sondern es ist durchaus auch umgekehrt, dass gerade auch sehr konservative Muslime geflohen sind. Das ist eine Geschichte, wo ich auch habe dazu lernen müssen und wo dann tatsächlich von daher auch sich solche Eigendynamiken dann entwickeln. Aber natürlich sind wir dankbar für alle Unterstützung. Ich möchte auch noch mal ausdrücklich betonen, mir geht es nicht um getrennte Unterbringung von Christen. Ich habe in letzter Zeit gute Verbindungen zu verschiedenen Vertretern von den Jesiden. Was Sie eben, wie gesagt, berichten, ist eins zu eins deckungsgleich mit den Erfahrungen, die wir machen. Es geht also jetzt gar nicht um irgendwelche Sonderbehandlungen von Christen. Aber von Christen und Jesiden dann? Von denjenigen, die unmittelbar von Problemen betroffen sind. Und das ist eben mein Anliegen. Wir können gerne, und das ist ganz wichtig, über grundsätzliche Maßnahmen sprechen. Und da sind viele gute Vorschläge gemacht worden, die ich alle auch miteinander sehr unterstützen kann. Aber mir geht es darum, wenn das Haus brennt, dann können wir natürlich Grundsatzdiskussionen über Brandschutzvorschriften treffen. Aber mir geht es jetzt erst mal darum, die Leute aus dem brennenden Haus rauszuholen. Dann machen wir es aber konkret. Das heißt, Sie sind dafür, dass Christen und Jesiden getrennt untergebracht werden von Muslimen. Ist das richtig? Ich möchte es insofern anders formulieren. Ich möchte, dass es Schutzräume gibt, in die solche Leute kommen können, wenn sie Probleme haben. Es geht mir nicht darum, dass bei der Erstmeldung sofort gleich gesagt wird, er ist Christ, er kommt in ein anderes Heim. Das halte ich überhaupt nicht für unbedingt nötig. Aber es geht darum, und ich denke, dass es da ganz praktikable Umsetzungsmöglichkeiten auch gibt, wo solche Probleme sind, dass diese Leute nicht monatelang in dieser Situation bleiben müssen, weil sie da nicht rauskommen. Das geht schon damit los, mit dem, also jetzt werde ich jetzt doch mal etwas deutlicher, mit dem meines Erachtens fatalen Beschluss, die Erstaufnahme auf sechs Monate zu verlängern, die meines Erachtens also keinerlei Vorteile gebracht hat, sondern im Gegenteil, nur die Situation gerade der bedrängten Minderheiten ganz stark erschwert hat. Wir haben für Leute, die bedrängt sind, Wohnungen gefunden und sie durften nicht in die Wohnungen rein, weil ihnen gesagt wurde, ihr habt die sechs Monate noch nicht abgesessen. Sie mussten im Gefängnis bleiben, diese Zeit. Und das ist also eine Geschichte, die ich für ganz, ganz fatal halte, wo dringend Korrekturbedarf besteht. Man kann nicht sagen, dadurch, dass jemand in der Erstaufnahmeeinrichtung ist, ist er leichter aufzufinden. Genau das Gegenteil ist der Fall. Damit geht die Sache also schon los. Aber bei den Schutzräumen geht es darum, dass schlicht und einfach flexibel, auch unter Mitwirkung der jesidischen Gemeinde, der christlichen Gemeinden, dass dann Leute vermittelt werden können, auch kurzfristig in Unterkünfte, wo sie geschützter sind. Ich bin auch sehr dafür, ein Letztes noch, dass wir beispielsweise solche Projekte starten. Heime mit 50 Prozent Christen, 50 Prozent Muslimen und ordentlich Sozialarbeit dann rein. Dann kann man Integration lernen, bin ich sehr dafür. Das wäre jetzt auch meine Frage an Frau Probst. Wenn man, wie wir alle in der ganzen Flüchtlingsdiskussion ja immer betonen, wie wichtig die Integration ist, wenn Sie das hören, was Herr Martens sagt, Schutzräume schaffen für die Leute, die angegriffen werden, ist das dann richtig? Oder macht man da nicht sozusagen noch die Tür auf, so nach dem Motto, ja, wenn der jetzt angegriffen wird, dann hat er wenigstens das Recht, auf den Schutzraum zu bekommen. Und ist das ein Vorschub? Schaffe ich dann wirklich eine Integration? Also wie gesagt, im Sinne einer Integration würde ich es nicht sinnvoll finden, die komplett abzutrennen, abzuregeln. Was natürlich sicherlich sinnvoll ist, ist sensibel zu sein, welcher Art Heim man sie unterbringt. Turnhalle würde ich in dem Fall auch für ungeeignet halten. Also wenn Vorfälle kommen, wenn Leute wirklich Probleme haben, würde ich immer dafür plädieren, dass man sie in Einrichtungen bringt, wo die Umstände so sind, dass sie besser leben können. Aber ich könnte auch in der Turnhalle schon sagen, 50 Prozent Christen Jesiden und 50 Prozent Muslime, wäre es vielleicht auch einfacher. So viele Christen und Jesiden haben wir dann auch wieder neu, als dass das realistisch wäre. Aber gruppenweise Unterbringung oder Verlegung in eine Einrichtung, wo Schutzbedürftige besser betreut werden können, ist sicherlich eine Option. Herr Hirte, wie sehen Sie den Vorschlag von Herrn Martens von den Schutzräumen? Ja, wir haben das ja intensiv diskutiert und Herr Kauder hat das eben schon gesagt, wir sind im Grundsatz überwiegend, da gibt es auch unterschiedliche Stimmen der Meinung, dass es nicht richtig ist, die Religionen sozusagen im Vorfeld schon zu separieren. Und ich sage das jetzt als Jurist dazu, auch durch die Kontakte, gerade die ich auch mit den Vertretern aus den nahöstlichen Kirchen und den orientalischen Kirchen habe, wir bekommen natürlich aus dem Nahen Osten auch berichtet, dass sie Taufurkunden jeglicher Provenenz kaufen können. Und das müssen Sie dann natürlich als Jurist und als jemand, der nicht nur mit den Regionsgemeinschaften, sondern auch mit den Ausländerbehörden und den Innenbehörden zusammenarbeitet, durchaus auch ins Kalkül einbeziehen. Das macht die Sache ein bisschen schwieriger. Wir haben diskutiert, Schutzräume, und wir wissen, dass es auch für andere, auch aus Gründen der Homosexualität etwa, diskriminierte Flüchtlinge solche Diskussionen gibt und halten diesen Ansatz für eine Option, ungeachtet der Frage. Und das ist vielleicht ein bisschen auch der entscheidende Punkt. Ungeachtet der Frage, ob die Dinge dann tatsächlich mit Religion zu tun hatten. Denn das können wir gerade nicht feststellen. Das ist das, was ja auch von der Polizeiseite gesagt wurde. Mit strafrechtlichen Mitteln kommen wir nicht weiter. Wenn jemand verprügelt wurde, sehen wir, da gab es einen Konflikt. Also müssen wir den Konflikt lösen. Und das Angebot solcher Schutzräume, und Stuttgart ist da vorgegangen, das Angebot solcher Schutzräume kann sicher zur Deeskalation beitragen. Und ich glaube, das ist ein in diesem Punkt schon auch, glaube ich, wichtiger Punkt. Aber Herr Martens hat einen anderen Punkt auch angesprochen, der mir durchaus auf dem Herzen liegt. Und der zeigt natürlich auch, warum es so wichtig ist, dass das einsetzt, was unsere Bundeskanzlerin praktisch ja hier von diesem Tisch aus auch uns in der Fraktion immer wieder gesagt hat, dass wir eine signifikante Reduktion der Flüchtlingszahlen brauchen. Denn vieles von dem, was hier gesagt wird, was hier vorgeschlagen wird, bessere Betreuung, Betreuung, auch das, was ich sage, bessere sozusagen religiöse Bildung, setzt natürlich größere Räume und mehr Personal voraus. Wenn die Zahl der Flüchtlinge kleiner wird, und das wird sie ja jetzt deutlich, dann können wir uns um die wirklich Betroffenen, denn das ist uns, glaube ich, allen, auch in der Unionsfraktion, ein großes Anliegen, dann können wir uns um die wirklich Betroffenen besser kümmern. Und das setzt unter anderem auch voraus, und da schaue ich jetzt auf meinen innenpolitischen Kollegen, dass wir letztlich bei der Frage, wer kommt eigentlich ins Land rein, genauer hinschauen. Herr Martens hat gerade gesagt, es kommen auch Extremisten ins Land rein. Und wir haben im Augenblick auch das sicherheitspolitische Instrumentarium nicht, um an der Grenze schnell festzustellen, wo jemand wirklich herkommt, ob er der ist, der er sagt zu sein, ob er wirklich Christ ist, das könnten Sie durch Auswertung von Handydaten und solchen Sachen leichter feststellen als bisher. Das würde auch sozusagen die Einordnung erleichtern, beschleunigen, um zu sagen, ist das jemand, der schutzbedürftig ist, um etwa diese Differenzierung, die hier vorgeschlagen wurde, dann auch aufzugreifen. Nur, es ist dann nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Herr Mayer, möchten Sie dazu was sagen? Oder heben Sie sich das Verschlusswort auf? Ja, vielleicht in aller Kürze. Ich gebe meinem Kollegen Hirte vollkommen recht, natürlich ist es wichtig, dass wir schneller wissen, wer zu uns kommt. Wir haben dafür ja auch die entsprechende gesetzliche Grundlage geschaffen mit dem sogenannten Datenaustauschverbesserungsgesetz, das auch zum Inhalt hat, dass eine lückenlose Registrierung aller Flüchtlinge unmittelbar nach Eintritt ins Bundesgebiet erfolgen soll. Sprich, dass die wichtigsten biometrischen Daten aufgenommen werden. Ob es wirklich zweifelsfrei möglich ist, sofort bei der Erstregistrierung festzustellen, ob jemand, der vorgibt, Christ zu sein, es tatsächlich ist. Und da mache ich mal persönlich ein Fragezeichen dahinter. Ich glaube, selbst mit dem Auslesen des Handys dürfte dies nicht so ganz einfach sein. Aber der Grundansatz ist vollkommen richtig. Gerade nach den Vorkommnissen im Herbst letzten Jahres, als Zehntausende von Flüchtlingen unregistriert und unkontrolliert in unser Land kamen, ist es wichtig, dass wir hier wieder die Oberhand darüber gewinnen, zu wissen, wer zu uns kommt. Und deswegen ist dieser Grundanspruch vollkommen richtig, dass wir eine lückenlose Registrierung aller Flüchtlinge zeitnah vornehmen, nachdem sie nach Deutschland eingereist sind. Herr Pemp, will Ihnen das helfen, wenn es eine Reduzierung gäbe, Sie mehr Ihr Personal für weniger Flüchtlinge zur Verfügung stehen müssten, wenn die Registrierung anders wäre? Oder sagen Sie, jeder Fall, wir schaffen es sowieso schon nicht? Naja, also die Polizei, die ist ja sozusagen nur ein Partner bei der Flüchtlingsthematik. Es gibt ja viele andere Gewerke, die sozusagen da auch beteiligt sind und beinahe noch größere Aktien daran haben. Natürlich, und ich denke, das gilt aber für alle Beteiligten, wird eine Reduktion von Flüchtlingszahlen die Möglichkeit, damit besser umzugehen, einfach erhöhen. Und ich würde auch mal sagen, in der Situation im letzten Jahr, da kann man sagen, natürlich, wir brauchen total interkulturell geschultes Security-Personal. Ich würde sagen, es gab keins. Ja, also da kann man, da brauchen wir uns eigentlich ja nicht in die eigene Tasche lügen an der Stelle. Man sagt, viele Dinge wären wünschenswert gewesen, natürlich, aber viele Dinge waren sozusagen ob der Masse einfach auch nicht umsetzbar. Und da bietet natürlich Reduktion die Chance sozusagen an den Dingen, die man, ich sage es mal, da mit der heißen Nadel stricken musste, damit überhaupt irgendwas geht, sozusagen die dann zu verbessern. Also das, denke ich, ist eine große Chance. Die sollte man dann auch nutzen. Weil Sie gerade das Security-Personal angesprochen haben, was ja hier schon öfter zum Thema wurde, was hilft Ihnen oder was Ihre Erfahrung aus polizeilicher Sicht, wann oder wie muss Security-Personal geschult sein und ausgestattet sein? Und auch die Frage nach den gemischten Religionen oder Männer, Frauen, wann ist es ein gutes Team? Also wir würden schon sagen, gemischt sozusagen in allerlei Hinsicht, hätte ich beinahe gesagt, Männer, Frauen, unterschiedliche Religionen und unterschiedliche sozusagen Sprachkompetenzen abbilden. Weil Sprache und Kommunikation ist häufig auch eine große Hürde. Und das ist auch schon ja angeklungen, manchmal sind es dann gar nicht Moslems gegen Christen, sondern dann sind es Syrer gegen Afghanen, wo sich die dann auf einmal benachteiligt fühlen, weil man feststellt, oh, die Security, die spricht zwar Arabisch, aber irgendwie Farsi spricht keiner und dann verstehe ich gar nicht, was da passiert und aus diesem Nicht-Verstehen leite ich dann auch häufig eine Benachteiligung ab. Also das, glaube ich, ist wirklich wichtig bunt gemischt im besten Sinne, glaube ich, wäre gut. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch nicht so einfach darstellbar aus unserer Sicht, weil man einfach sagen muss, die tatsächlich entsprechend qualifizierten Bewerber stehen jetzt nicht Schlange und wir sprechen jetzt auch von einem Arbeitsfeld, wo man jetzt gar keine Reichtümer erwerben kann und insofern, glaube ich, muss man auch gucken sozusagen, welche Qualifikation kann man da tatsächlich verlangen und voraussetzen und da, wo das erforderlich ist, muss möglicherweise auch dann tatsächlich, müssen staatliche Institutionen auch ein Stück weit in die Bresche springen und bestimmte Dinge übernehmen. Herr Tietjen, ich würde Sie gerne noch mal fragen, ob es nicht vielleicht auch um ein anderes, tiefer liegendes eigentlich Problem geht oder einfach ein tiefer liegendes Missverständnis, nämlich die Tatsache, dass wir als Religion, die wir hier in Deutschland nebeneinander herleben, einfach zu wenig voneinander wissen und dass wir dadurch so einfach unsere Vorurteile immer bestätigt lassen können. Wie ist es für Sie als Muslim? Also wie gehen Christen mit Ihnen um? Was hören Sie da? Und wo fühlen Sie sich denn dann auch vielleicht diskriminiert und sagen daraus, eigentlich müssen wir da miteinander für mehr gemeinsame Religionsfreiheit kämpfen, was Sie ja eben auch schon angedeutet haben? Das heißt ja im Koran auch, wir erschufen den Menschen aus Mann und Frau und unterteilten ihn in Völker und Stämme, damit sie einander kennenlernen. Es geht immer um Kommunikation, also wir fühlen das auch. Es gibt so viele Vorbehalte, Ängste in dieser Gesellschaft. Wenn man sich kennenlernt, wenn man auf gleicher Augenhöhe miteinander spricht, dann gehen die Vorurteile auf allen Seiten weg. Natürlich gibt es Unterschiede, aber man muss immer betonen, dass es viel, viel mehr Gemeinsamkeiten, ich würde sogar sagen, Muslimen und Christen haben 90 Prozent gemeinsam. Natürlich sind die Unterschiede auch interessant, aber die Unterschiede sind niemals Gründe dafür, dass man sich die Köpfe einschlagen muss oder streiten muss. Es gibt so viele interreligiöse Dialoge bei uns in der Moschee. Übrigens habe ich auch, was für Sie interessant ist, wir haben jetzt ein gemeinsames Konzept, Sunniten, Schiiten, auch arabische Muslime, türkische Muslime, aber auch Christen, vor allem Christen aus den orientalischen Ländern, haben gemeinsam jetzt ein Konzept geschrieben für den Tempelhofer Hangar. Das heißt, da wollen wir gemeinsam da auch mitwirken. Aber ich sehe auch schon, dass tatsächlich auch die Leute sich gegenseitig kennenlernen müssen. Also es gibt zum Beispiel weniger Konflikte mit Christen aus Moldawien, wie wenn zum Beispiel ein Christ aus dem Irak kommt. Das merken wir schon. Also es gibt unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Traumata-Erlebnisse. Es ist nicht so einfach. Die Wirklichkeit, was am Anfang gesprochen wurde, kann auch subjektiv sein. Also sie kann auch so sein, dass ein Afghane sagt, die Christen haben unser Land zerstört zum Beispiel, dass sie sich besetzt fühlten und dass sie das als Kreuzzug gesehen haben, was im Irak passierte und so. Es ist nicht immer einfach, mit ihren Traumata-Erlebnissen auch zu sprechen. Aber viel wichtiger ist für uns als Muslime in Deutschland eben, dass sie zum einen aufgeklärt werden. Wir merken natürlich auch, das wurde ja auch schon gesagt, dass sie aus diktatorischen Ländern teilweise kommen, wo sie Ängste haben vor Behörden. Und wir haben zum Beispiel jetzt mit der Polizei, mit der Agia, mit der Agim, was es dort in der Nähe gibt, gemeinsam uns überlegt, dass wir in der Moschee, Polizei und zwar in Uniform, mit Flüchtlingen aus diesen verschiedenen Ländern eben zusammenkommen und gemeinsam ein Polizist zum Anfassen sozusagen da ist. Oder dass wir eben mit ihnen gemeinsam Sachen unternehmen, wo sie merken, die Behörden sind offen und sie können hier Vertrauen hineinversetzen. Und interessant ist noch was, als Nebenwirkung nun mal, die Jugendlichen und gerade die weiblichen Jugendlichen sind bei uns sehr, sehr engagiert bei diesem Thema. Zum ersten Mal habe ich gehört von weiblichen Jugendlichen, dass sie gesagt haben, jetzt erst in diesem Engagement können wir zum einen lernen, wie es interreligiös auch gemeinsam geht mit dem ehrenamtlichen Engagement. Und zum zweiten können wir zeigen, dass wir ein Teil der Gesellschaft sind. Das heißt, viele junge Muslime wollen beweisen, dass sie als Muslime hier eine Brückenfunktion auch darlegen können. Und sie wollen auch dadurch zeigen, dass der Islam keine Ängste hervorruft oder keine Teilung hervorruft, sondern im Gegenteil, dass sie diese Vielfalt auch im Gemeinsamen gestalten können. Und zwar im Rahmen auch des Grundgesetzes. Das ist auch den Muslimen hier in Deutschland sehr, sehr wichtig. Soweit die Seite der Muslime, Herr Hirte. Wie sieht es denn, eben haben wir ja gehört, wir dachten, wir kämen in ein christliches Land, sagen viele Flüchtlinge und wundern sich, dass das dann gar nicht so christlich eben ist im Alltag. Würden Sie denn auch sagen, dass die Christen hier zu wenig selbstbewusst auftreten und es dadurch den christlichen Flüchtlingen letztendlich schwerer machen? Ja, das würde ich uneingeschränkt unterstützen. Denn wenn Sie sich die Situation mal ansehen, ich erinnere an die Predigt eines wir gesonnenen Dominikaner-Paters aus der Kölner Kirche St. Andreas, der so gesagt hat, wenn für den normalen deutschen Karfreitag nur noch bedeutet, das Leiten im Stau auf der Autobahn zu erleben, dann haben wir ein Problem. Und wenn Sie das dann als Christentum vermitteln, dann wird das Problem noch größer. Deshalb glaube ich, wir müssen schon, und diese Frage ist ja auch in der letzten Zeit immer wieder gestellt worden, sagen, was macht eigentlich Christentum aus? Und dann müssen wir sagen, wir müssen diese Punkte nach vorne bringen und dann sehen wir natürlich, dass es Unterschiede gibt, ob nur 90 Prozent oder der andere Prozentsatz darüber, ich habe das gerade im Publikum gesehen, da mag man dann drüber streiten. Aber wir haben dann natürlich auch eine Schwierigkeit in der Auseinandersetzung der Gesamt sozusagen aller derer, die sich zu einer Religion bekennen, mit denen, die keine Religion mehr haben wollen. Wenn Sie jetzt auch sehen, in welchen Bundesländern der Atheismus besonders stark ist, soweit man das überhaupt zählen kann, denn das ist eines ja auch der Teilprobleme, dass bei uns sozusagen die religiöse Affinität über die Steuerkarte ermittelbar ist, was nicht zwingend der Fall ist. Aber dann sehen Sie, dass auch diese Diskussion um Religion, in denen Bundesländer besonders stark sind, in denen auch das Christentum nicht mehr besonders präsent ist und das im Übrigen letztlich schon seit den 30er Jahren. Herr Martens, Sie wollten dazu auch noch was? Also, diese These kann ich nicht so ganz teilen, dass es jetzt tatsächlich nur um die religiöse Prägung des Landes geht. Es geht tatsächlich da sehr viel stärker oft um äußere Umstände. Zum Beispiel haben wir sehr, sehr viele Probleme in den Heimen in Brandenburg, nicht unbedingt, weil da die Leute alle so atheistisch wären, sondern weil diese Heime aus verständlichen Gründen, ich will das gar nicht gerade kritisieren, man muss sich ja irgendwo unterbringen, in der Regel irgendwo am Ende der Welt liegen, während hier in Berlin immer noch die Christen tagsüber aus den Heimen rausgehen können und sich nachts in die Heime schleichen können, wenn es sein muss, können sie das eben in Brandenburg nicht. Da sind sie regelrecht gefangen dann in diesen Heimen und da ist es dann eben so, dass wir überproportional viele Leute aus Brandenburger Heimen haben, die bei uns im Gemeindesaal schlafen, weil sie eben nicht mehr in ihre Heime zurückgehen können, weil sie da so bedroht werden. Die Hoffnung darauf, dass man das Ganze auf dem Anzeigenwege irgendwie erfassen oder gar lösen könnte, also die möchte ich Ihnen gründlichst nehmen. Ich habe mittlerweile aufgegeben, das mit Anzeigen zu machen, sei denn wie bei so extremen Fällen, wie jetzt bei diesem Versuch, dass da nun 70 Leute sich auf einmal auf sechs Christen da in den Tempelhof gestürzt haben und so. Das sind dann natürlich nochmal andere Sachen. Aber ansonsten haben wir jedes Mal dieselbe Situation, dass die anzeigenden Christen als Verlierer aus diesen Geschichten herausgehen, weil dann sofort massenhaft Gegenanzeigen kommen. Ich kann das den Christen nicht mehr raten, eine Anzeige zu erstatten. Denn dieser Schuss geht jedes Mal nach hinten los. Gibt es etwas Konkretes, was Sie sich da von der Polizei zum Beispiel wünschen, wo Herr Pemp Ihnen vielleicht weiterhelfen könnte? Also das ist es eben. Die Polizei kann auch nicht weiter. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis auch zu leitenden Polizeileuten. Aber was sollen Sie denn machen? Ich nenne jetzt einfach nur auch so ein Beispiel, wie jetzt da beim Tempelhofer Feld, als da eben diese sechs Christen von den 70 muslimischen Mitbewohnern angegriffen wurden. Ja, was hat der Wachschutz gemeldet? Es war ein Konflikt ums Essen. Das kommt dann immer wieder. Aber nachts um halb zwölf, hatte natürlich nichts mit der Essensausgabe zu tun. Das war auch dann bei der Polizei natürlich wieder nur eingegangen als Konflikt ums Essen. Wenn ich da nicht persönlich einen Kontakt gehabt hätte, dann hätte sich da der Staatsschutz nicht eingeschaltet. Der hat sich dann die Sachen mal ein bisschen gründlicher vorgenommen, hat die Leute interviewt und festgestellt, es war ja völlig anders, als es der Polizei gemeldet wurde. Es ist den Christen übrigens nicht gut bekommen. Die sechs Christen sind aus dem Tempelhofer Feld dann ja rausgeflogen, wie Sie wissen. Das ist dann immer wieder was passiert, dass Christen, wenn sie sich melden, dann auch von den Heimleitungen als Unruhestifter angesehen werden und dann entsprechend da rausfliegen. Das bedeutet, auch aus diesem Grunde kann ich es einfach keinem Christen empfehlen, eine Anzeige zu erstatten. Aber geht es denen jetzt besser, weil sie vielleicht in einem besseren Heim sind, wo weniger Leute untergebracht sind? Nein, sie saßen auf der Straße erst einmal. Sie wurden nicht in ein anderes Heim gebracht. Was haben wir jetzt gemacht? Glücklicherweise hat sich dann jemand gefunden, der sie in eine Privatwohnung untergebracht hat. Das ist aber illegal, was sie da gerade machen. Denn sie müssen weiter, weil sie die sechs Monate noch nicht abgesessen haben, offiziell in einem Heim gemeldet sein. Aber wir machen es trotzdem, weil wir einfach sagen, wir müssen diese Leute jetzt schützen, die rausgeflogen sind, die traumatisiert sind, die können wir nicht einfach in das nächste große Heim schicken. Da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Herr Martens, danke für die Schilderung. Ich würde gerne Sie jetzt auch mal zu Wort kommen lassen. Ich sehe schon, hier sind einige, die sich schon gemeldet haben. Dort hinten, Sie waren zuerst. Erst wenn Sie zum Mikro gehen, ich mache jetzt hier mal eine Liste. Ich sehe schon. Bitte schön. Ja, guten Tag. Und wenn Sie, weil wir so viele sind, es knapp halten könnten. Keine Sorge. Weil ich merke, es ist viel Androhung. Mein Name ist Friedem Kloster und ich komme vom Kartellverband der katholischen Deutschen Studentenverbindung. Wir kümmern uns auch um Christen. Und was wir festgestellt haben, auch in dem Umgang mit den Behörden, das klang ja schon mal an vorhin mit Entchristlichung auf der einen Seite. Für mich ist das so ein bisschen manchmal auch von Seiten der Behörden oder der zuständigen Stellen in eine Gleichgültigkeit umgeschlagen. Auf der einen Seite, klar, das Neutralitätsgebot gilt, aber es heißt ja dann nicht gegenüber christlichen Fragen, kirchlichen Fragen, und da schließe ich alle Religionen ein, gleichgültig zu sein. Ja, sondern sich diesem Thema anzunehmen. Man sagt auf der einen Seite, wir fragen nicht nach der Religion, aber wir fragen ja nach der Staatlichkeit, wir fragen nach dem Beruf. Ich kann nicht erkennen, warum man nicht, auch als eine Informationsquelle, auch um zukünftigen Problemen vorzubeugen, danach fragt, welchen Glauben der Mensch hat. Dankeschön. Sie und dann Frau Steinbach, bitteschön. Ich als Türke und ein Moslem lebe ich seit 60 Jahren oder kenne ich Deutschland und ich habe an türkischen und deutschen Universitäten studiert, gelehrt und habe geforscht. In der Natur, ich bin ein Geologe und untersuche ich unsere Mutter Erde. Seit viereinhalb Milliarden Jahren auf unserer Erde ist eine Evolution. Deshalb, dieser Chaos, was wir in dem Leben, bringt auch etwas Neues, wo sich alle drei Religionen unter einem Gott sammeln werden und Religionenunterschiede werden verschwinden, weil in der Geschichte ist der Gott an verschiedenen Zeiten an seinen Propheten Moses, Jesus und Mohammed nur ein Teil von seiner vielleicht Lehre beigebracht. Im Grunde genommen waren alle Glaube an einen Menschen, an einen Gott und Liebe zu den Menschen. Und was bis jetzt ich in 60 Jahren in Deutschland erlebt habe, habe ich niemals, nirgendwo gesehen, dass ein Türker oder ein Moslem wegen Religion mit einem Deutschen oder mit einem Christen gestritten hat. Jetzt zum ersten Mal sehe ich sowas, dass es sowas gibt. Und deshalb ist das, weil in dem Koran steht auch Sure 2, 265, 95. Es gibt keinen Zwang in der Religion. Man darf niemals jemanden zu seiner Religion zwingen. Und das hat auch sogar Gott, Mohammed auch selber gesagt. Du, Mohammed, du bist ein Mahner, aber kein Zwinger. Dankeschön. Okay, danke. Lassen wir als Anmerkung so stehen. Jetzt habe ich Frau Steinbach. Und dann machen wir hier mal eine Runde. Als im alten Jahr zum ersten Mal bei mir Berichte eingingen, dass Christen unter schwierigen Situationen in solchen Aufnahmeeinrichtungen leben, habe ich gesagt, wir dürfen nicht zulassen, dass separiert wird. In einem Land, in dem wir Werte haben, Religionsfreiheit, darf das nicht sein. Nachdem ich aber jetzt die Gesamtsituation aus vielen unterschiedlichen Richtungen mir mal vor Augen geführt habe, glaube ich, wir dürfen aber auch nicht zulassen, dass Menschen so bedrängt werden hier in unserem freien Lande. Wir müssen Möglichkeiten finden, Hilfestellung zu geben. Und es kann nicht sein, dass dann Menschen plötzlich auf der Straße sitzen, weil sie Christen sind. Ich glaube, das Problem liegt natürlich in der Masse, die aufgenommen werden musste. So viele Menschen, so viele Hunderttausende von Menschen, das ist schwierig. Und das liegt auch in den Security-Diensten. Und da ist eine Spannungslage, die hängt jetzt schon mit unserem eigenen Lande zusammen. Ruth Koppmanns, ein Migrationsforscher, hat festgestellt, in sechs europäischen Ländern, wie denn der Status ist, welchen Status hat der Koran im Verhältnis zu den Rechten, bei uns im Verhältnis zum Grundgesetz. Deutschland steht gut da. 30 Prozent der hier lebenden und geborenen Muslime sehen den Koran oberhalb des Grundgesetzes. Das heißt, die Security-Dienste, die in einem weiten Teil ja auch mit Muslimen besetzt sind, weil sie auch in Teilen die Sprache sprechen, Ich glaube, wir müssen sehen, dass die Security-Dienste differenzierter und vielfältiger besetzt sind. Auch mit Frauen und mit Christen, mit Muslimen, sodass auch dann Ansprechpartner vorhanden sind. Aber vor dem Hintergrund dessen, was Herr Pfarrer Martens gesagt hat, dessen Kirche ich ja angehöre, muss ich sagen, wir müssen den Menschen helfen, so apodiktisch, grundsätzlich, wie ich es am Anfang gedacht habe. Aber, glaube ich, kann man damit nicht umgehen. Vielen Dank. Die Dame war eigentlich vor Ihnen. Ich habe hier schon eine Liste. Gesellschaft für Menschenrechte und auch Menschenrechtszentrum Cottbus. Ich glaube, mein Vorredner hat das erst mal richtig gesagt, dass man endlich mal auch fragen sollte nach der Religionszugehörigkeit, um die Menschen zu schützen. Und wenn Herr Kauder gesagt hat, dass hier bei uns im Land Religionsfreiheit herrscht und dass wir darum kämpfen müssen, heißt das als allererstes, die Menschen zu schützen. Und somit wäre die Frage, ob man nicht Beschwerdestellen einrichten könnte, bundesweit, aber auch länderweit, wohin sich diese Menschen wenden können, wenn sie ein Problem haben. In der Regel, das haben Sie ja auch gesagt, sind Behörden oder auch Polizei der Feind von diesen Menschen, woher sie geflüchtet sind in diesen Diktaturen. Deswegen finde ich, dass solche Stellen, Beschwerdestellen vielleicht an Parlamenten, dem Parlamenten zugeordnet werden sollten. Und dann, wenn die Flüchtlinge erfasst werden, sollten sie so ein Papier in der Hand bekommen. Wenn du Probleme bekommst, kannst du dich an diese Stelle wenden und damit können sie im Falle des Falles sofort reagieren und nicht an die Polizei sich wenden, die, wie gesagt, normalerweise eher Feind ist. Vielen Dank. Also ganz konkreter Vorschlag. Herr Hürthesatz, er möchte da auch direkt darauf reagieren. Ich sage nur einen Satz. Wir haben das teilweise schon. Köln hat das auch eingeführt, weil das nämlich genau diese Aufarbeitungssituation, die sonst nötig ist, vermeidet und wir schnell zu Lösungen kommen, in die Richtung, die wir alle wollen. Ich habe mir eine Liste gemacht. Danach waren Sie eigentlich zuerst. Und dann Sie. Ich vergesse Sie nicht. Ich habe Sie im Blick. Ich bin Auslandskorrespondentin aus Chile. Und ja, erstmal muss ich sagen, dass man eigentlich der Regierung auch ganz genau erklären muss, dass wir eine ganz großartige Arbeit machen mit dieser ganzen Situation und unabhängig von der ganzen Problematik. Aber meine Frage geht es darum an die Frau Probst oder an den Herrn Koch auch, die Experten sozusagen in der Situation. Und ich möchte gerne wissen, inwieweit gibt es eigentlich bestimmte Aspekte oder Disziplinen, die ein bisschen eher von Experten wissenschaftlich genau überlegt werden. Nicht nur die Religion und das Christentum, wie diese Menschen eigentlich sich verhalten, sondern auch in Bezug auf die demokratischen und rechtsstaatlichen Bereich. Weil in dem Sinne muss man eigentlich auch zusehen, dass die Flüchtlinge hier noch nicht hier angekommen sind. Die sind noch nicht Deutsche, die kann man nicht als Deutsche erfassen. Und aus diesen Gründen hat die Polizei und die Justiz riesige Probleme, glaube ich, weil sie können nicht, sie sind nicht in der Lage, von diesen Menschen Rechenschaft zu ziehen als Kriminelle, insofern, dass sie von Ländern kommen, wo eigentlich ganz andere Konzepte von Rechtsstaat haben. Und in diesem Sinne glaube ich, dass die Justiz ein riesiges Problem hat. Und deshalb möchte ich gerne wissen, was Frau Probst zum Beispiel in dem Sinne denkt. Weil das ist ein ganz kleiner interkultureller Konflikt und das ist einer von vielen. Ja, machen Sie direkt konkret, weil wir haben so viele, sonst kommen wir ganz durcheinander. Weil ich nehme an, Sie könnten relativ kurz darauf antworten. Ja, ich werde gerne kurz antworten. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, da gibt es oft Defizite, einfach ein bisschen. Und das betrifft natürlich nicht nur die Security, das betrifft die Sozialbetreuer, auch Heimleitung generell, ist in vielen Fällen Schulungsbedarf. Es gibt natürlich wunderbar gestandene Träger, die eine wunderbare Arbeit machen. Aber es gibt auch viele, die über Nacht zum Heimleiter geworden sind und wenig Art und haben, wenig Hintergrundwissen. Es gibt schon sehr suboptimale Lösungen auch. Und da ist großer, großer Schulungsbedarf, selbstverständlich. Und es wird auch viel unternommen, dass die Heimbewohner zunehmend mit Flyern, mit Informationen, mit Beratungsstellen, durch Ehrenamtliche immer mehr Informationen bekommen. Zu Grundrechts, zur Haltung, zu Möglichkeiten. Das ist alles auf dem Weg. Und ich sehe schon, dass jetzt viel mehr passiert. Wir bekommen wesentlich mehr Informationen und wir bieten auch mehr Schulungen an. Wir schulen auch unsere Ehrenamtlichen mehr. Und das ist im Fluss und da ist noch großer Bedarf. Da gebe ich Ihnen recht. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann dürfen Sie jetzt. Bitte schön. Ja, mein Name ist Jeremia Maraha und wir haben eine ehrenamtliche Seite gegründet, die heißt Help Christian Refugees. Und wir haben versucht und versuchen es auch über Facebook, Menschen, die es eingeben, die in ihren Asylheimen sitzen und versuchen, Hilfe zu bekommen, sollen dieses Schlagwort eingeben. Help Christian Refugees. Und was wir versuchen ist, dass wir Menschen dann eine Zuflucht bieten können. Wir schreiben Gemeinden an, wir fragen in der Gegend, wo sie sind, ob Gemeinden ihnen Asyl gewähren können. Das ist ja dieses Paradoxe daran. Und ich bin selber aramäischer Christ. Und Sie kennen das. Chaldea, Assyrer, Aramäer sind ein Volk. Und wir werden stark in diesen Asylheimen unterdrückt. Das sind meine Landsleute. Ich bin selber hier geboren, selber ein Kind von einem Flüchtling aus der Türkei, aramäischer Flüchtling in den 70er Jahren. Und wir haben keine Lobby. Wir haben kein Land. Und wir erinnern uns, dass in der Geschichte, als die Armenier und die Aramäer ermordet wurden, hat das deutsche Kaiserreich eine entscheidende Rolle gespielt. Und wir wollen von dem deutschen Land eine Lobby geboten haben, weil wir keinen Parlamentarier her schicken können, wie zum Beispiel die Armenier das können. Deshalb bitte ich Deutschland aus, unbedingt, dass sie uns helfen, dass wir nicht in diesem Land wiederverfolgt werden, wieder leiden. Und wir haben hier auch eine Petition von unserer Organisation, Help Christian Refugees, unterzeichnet mit 5.145 Unterschriften, Betreff, Petition zum Schutz christlicher Minderheiten in Asylbewerberheimen. Und wir haben hinten sehr viele Zeugnisse, wo Menschen geschrieben haben, was sie erlebt haben. Und wir haben vier Ausdrücke, einmal für die Kanzlerin, für den Bundespräsidenten, für den Petitionausschluss und auch für den Herrn Kauder. Okay, was sorgen wir dafür, dass er es bekommt? Was wir noch zum Herr Pemp, Sie sagen, die Anzeigebereitschaft ist schwer. Und natürlich fällt das schwer, wenn Sie zur Polizei gehen und abends nochmal zurück zu Ihren Peinigern müssen. Wir schlagen etwas vor nach dem Vorbild eines Frauenhauses, wo Frauen erstmal hinfliehen können und dann erst und nicht fürchten müssen, abends wieder zu Ihrem Peiniger zurückzukehren, der sie dann schön vermöbelt. Ein Flüchtlingsort für Christen, ein Religionshaus von mir aus, wo Menschen, wo Christen hinfliegen können, um dann Anzeige zu erstatten und die Polizei dort Anzeigen aufnehmen kann. Und noch kurz plädieren wir dafür, dass eine Hausordnung unterschrieben wird, in dem folgende steht, in Ihrer Sprache, wenn ich Christen, Homosexuelle, Frauen, Kinder, Jesiden, was auch immer unterdrücke, sind die Sanktionen folgende an Herrn Pemp, dass sich das auf mein Asylverfahren, auf mein Asyl, dass ich es sogar verwehren kann mit diesen Sachen und dafür plädieren wir. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch einige, Sie sind so vehement, ich habe Sie nicht vergessen, aber die Dame mit der grünen Jacke, bitteschön. Ja, ich habe also meinen Vorredner gar nichts mehr hinzuzufügen, hat mir aus dem Herzen gesprochen, ich bin auch eine Unterzeichnerin und ich unterstütze natürlich Herrn Martens, unbedingt Schutzräume zu schaffen, ist jetzt alles schon gesagt, muss ich nicht betonen, denn unser Grundrecht, ich rede jetzt mal als Christin, unser Grundprinzip lautet doch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, möchten Sie als Minderheit, fünf oder sechs Stück unter 50, ich spreche bitte von radikalen Muslimen, bitte missverstehen Sie mich nicht, möchten Sie als Einzelne, als Versuchskaninchen unter radikalen Muslimen wohnen, bis sich mal nach Jahren eine Meinung geändert hat, dass man das angehen muss, das ist völlig klar, aber ein Haus, das brennt, das bedarf einen Schutzraum für Christen und ich bin sehr enttäuscht, ich wäre sehr enttäuscht, wenn wir heute nur wieder etwas dargestellt haben und es ändert sich nichts, ich bin eigentlich hergekommen, wie kann man Christen besser schützen, es muss etwas Konkretes passieren, nicht, dass wir in einem Vierteljahr wieder drüber reden. Danke. Vielen Dank, jetzt Sie und dann hier vorne, bitteschön. Ich habe mich als Ehrenamtler aus Köln aufgemacht hier rauf und bin Geburtshelfer als Evangeler in einem katholischen Krankenhaus, moderiere mit der DITIB zusammen einen interreligiösen Austausch, aber ich kann diesen Zwang zum Konsens nicht mehr hören, wenn wir ein Problem lösen wollen. Ich bin eigentlich hier hingekommen, weil ihr geschrieben habt, Verantwortung für Religionsfreiheit, religiöse Minderheiten in Flüchtlingsheimen besser schützen. Ich organisiere zwei ehrenamtliche Cafés mit, zusammen mit den Kommunen und mit den Katholiken, aber was wir erleben, ist eine ganz andere Realität in Köln, im Umwelt von Köln und in jedem Heim, das ich kenne, gibt es genau das, was in dem Film geschildert ist und was Herr Machtens gesagt hat. Nur die Menschen trauen sich ja kaum noch als Ehrenamtler etwas zu sagen, weil die Kommunen zum Beispiel gar nicht mehr darauf reagieren wollen. Die sagen, Religion interessiert uns nicht, wenn die sich streiten. Die Polizei kommt mit sieben Mann. Der Mann hat das Messer am Hals. Die Narbe ist heute noch sichtbar. Dann gehen die weg und anschließend soll er 30 Zentimeter neben dem, der es gemacht hat, nachts schlafen. Das geht gar nicht. Das heißt, ich empfinde hier in der Diskussion zwar diesen unheimlichen Zwang zum Konsens und Deutschland ist so super aufgeklärt und der interreligiöse Dialog, der ist ja zu führen, aber doch nicht von Menschen, die aus einem Konflikt kommen, wo der Großvater den Kopf abgeschlagen bekommen hat. Wie soll das denn am Bett funktionieren? Aber was sagen Sie aus Ihrer Erfahrung? Weil das ist ja sehr spannend. Was sagen Sie, was würde Ihnen denn helfen und den Menschen, die Sie betreuen? Ich glaube, dass wir zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, also es gibt ja unterschiedliche Bundesländer, aber in Nordrhein-Westfalen ist es nicht möglich, Menschen aus so einer Situation herauszuholen. Und die Kommunen sagen, wir dürfen nicht, aber es gibt überhaupt gar keinen Weg, diesen Menschen zu helfen. Und ich finde, das ist ein Armutszeugnis für ein solches Land wie wir, dass es nicht möglich ist, in unserem Land verfolgten Menschen, ob das nur Christen oder Jesiden sind. Gut, ich kenne im Wesentlichen Christen, aber trotzdem, das sind Christen aus dem Iran, die nachts mit diesem Messer praktisch aufwachen am Hals oder deren Lebensmittel mal aus dem Kühlschrank rausschmeißt, zertrampelt und sagt, das ist unkoschere Nahrung. Was auch immer Sie da erleben, aber ich weiß gar nicht mehr, wie soll ich helfen? Und ich muss im Krankenhaus arbeiten, jeden Tag, acht bis zwölf Stunden. Wie soll ich dann im Ehrenamt nach irgendeinem glaubwürdig sagen, ich engagiere mich für dich? Ich muss den nach Hause holen. Also es ist aber auch ein Plädoyer für einen Schutzraum, ganz klar. Ja. So verstehe ich das. Frau Popst, wollten Sie darauf was sagen? Ich hätte mich jetzt gerade so verstanden, als wollten Sie direkt darauf reagieren. Ich bin der Meinung, es muss auch kein Konsens in allen Fragen sein, es schließt sich ja nicht aus. Schutzräume für extreme Fälle von akuter Gewalt und Umsetzung von Maßnahmen, die sinnvoll greifen, auf breiter Ebene in den Heimen, ist durchaus nichts, was ich ausschließe, denke ich mal. Dann machen wir hier weiter und dann Sie, bitte. Ach so, ich brauche, genau, Ton auf Mikrofon. Christian Johnson ist mein Name, ich bin von der Gesellschaft für bedrohte Völker, eine internationale Menschenrechtsorganisation. Wir haben uns auch mit dem Thema befasst und ich möchte kurz ein paar Dilemmata ansprechen, die ich hier wahrgenommen habe oder die wir wahrnehmen. Auf der einen Seite führt ein Verschweigen dieses Themas zu einer noch stärkeren Emotionalisierung, zu noch mehr Druck, der dort reinkommt. Auf der anderen Seite führen natürlich auch Veröffentlichungen dazu, dass das Ganze von rechter Seite her aufgegriffen wird. Ich habe beobachtet, der Artikel von Herr Kauder, der in der Welt erschienen ist zu Ostern, hat unter anderem beim Fokus, bei dem Echo, dass der Fokus dazu gemacht hat, online zu fast 400 Kommentaren geführt, alle aus der rechten Ecke. Das hat die AfD schon lange gesagt, raus mit denen und diese Dinge. Da müssen wir aufpassen, da müssen wir auch aufpassen, wie wir sprechen gegenüber der Öffentlichkeit. Es darf nicht das Thema sein, wo wir von der Presse die Lösung erwarten, sondern wenn wir uns alle einig sind, wir gehen das Thema an, müssen wir da keinen Druck machen. Der zweite Punkt, die Polizei, dass sie überfordert ist, das ist mir in Berlin seit langem bekannt, auch in kleinen Belikbereichen, auch die Amtsanwaltschaft und Justiz hat oft ihre Schwierigkeit, genug Ermittlungsressourcen zur Verfügung zu haben, um nicht dauernd einstellen zu müssen. Ich denke auch, es ist vor allen Dingen eine Frage der Ressourcen. Und hier sehe ich einen Punkt, das habe ich auch schon neulich zu Herrn Altmaier gesagt, in einem Hiring ähnlich der Art über Flüchtlinge. Wir müssen eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Staat und Zivilgesellschaft schaffen, denn der Staat kann nicht die ganzen Übersetzer, die hier notwendig wären, einstellen, aber es gibt in der Zivilgesellschaft ähnliche Gruppen, wie von dem jungen aramäischen Kollegen da vorhin gesprochen hat, die sich engagieren wollen. Wir sind auch mit einigen vernetzt und heute an die Presse gegangen mit einer Erklärung. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet, help.gfbv.de, wobei ich betonen möchte, dass wir nicht nur an Christen uns richten. Wir müssen immer sagen, das ist ein ubiquitäres Thema. Jeder kann beverfolgt sein, auch im Flüchtlingsheim, und das müssen wir auch als Eindruck nach außen vermitteln. Okay, das war es. Okay, vielen Dank. Kann man ja bei Ihnen sicherlich auch noch mehr Informationen bekommen. Sie noch bitte. Aus Stadtroda, eigentlich mit Nationalität aus Armenien. 23 Jahre, ich bin hier als Flüchtling. Ich denke, keiner hier so hat erlebt, was wir heute diskutieren über dieses Thema. Acht Jahre in Asulheim, nur 20 Quadratmeter und mit 27 Nationalitäten, alle zusammen. Ich habe hautnah erlebt, den Religionsunterschied. Ich wollte sagen, unsere Brüder, die muslimische Brüder, wenn er sagt, das ist keine Religionsdiskussion, nein, das ist ein Religionsproblem. Ganze Welt, was jetzt geschehen, Krieg, Tod, Mord und so, das alles hat mit Religion zu tun. Wir brauchen nicht ein und andere Lügen und sagen, das ist politisch. Nein, das ist Religion. Armenien hat alle seine Land, Heimat verloren wegen Glaube. Das ist die Wahrheit. Ich wollte sagen, die muslimischen Geschwister gerade jetzt haben gesprochen über Liebe, über die Propheten, über den Koran oder über diese Sache. Es ist gut, wenn die muslimischen Geschwister zu Hause eigene Kinder sprechen über die Liebe und zeigen die Liebe, wie es funktioniert. Ich habe in Asulheim bei mir aus Syrien muslimische Kinder, zwei Brüder, drei Jahre alt und sechs Jahre alt und ich wollte, die sind mit meinen Kindern wollen zusammen spielen und ich wollte Gags geben und die Kinder drei Jahre und sechs Jahre haben gesagt, nein, wir wollen nicht von deiner Hand das Kuchen nehmen. Habe ich gesagt, wieso? Weil die haben gesagt, euer Kuchen kann sein, ist Haram, ihr esst Schweine. dass ich wollte sagen, wie kann ein dreijähriges oder sechsjähriges Kind so Gedanke haben, ich kann Haram sein. Ich wollte sagen, liebe Geschwister, muslimische Geschwister, bitte macht zu Hause mit euren Kindern diesen Unterricht. Ihr seid hier so isoliert, nicht von uns ihr seid isoliert. Die Christen sind immer offene Armen. Ich bin eine fremde Person hier in Deutschland gekommen und die deutsche Volk hat mir mit offenen Armen genommen und ich habe hier akzeptiert und respektiert deutsche Gesetze. Ich habe meine Kinder erziehen in Asylheim, die beiden sind Abitur gemacht, jetzt meine Tochter macht Doktorarbeit auch. Woher kommt das alles? Das kommt durch Eltern Erziehung. Ich bin sehr kranke Frau gewesen, neun Jahre mit Grucker, ein Jahr mit Rollstuhl. Meine kleine Stadt, die Stadt Rot etwas organisiert. Ich habe immer zugelassen, mehr integriert werden. Die Integration geht zweiseitig, nicht nur einseitig, wo wir sagen, Deutschland muss das machen, das machen, das machen. Nein, als Flüchtling kann ich sagen, was ich kann auch beibringen, wenn mir Essen, Nahrung, das muss sein, das ist die Wahrheit. Ich wollte sagen, das ist die Wahrheit. Ich kenne muslimische Frauen, welche sind 50 Jahre hier in Deutschland, die können nicht rauskommen, nur alleine zu Hause kochen und waschen. Ich habe so krank trotzdem immer engagiert. Ich mache jetzt auch ehrenamtliche Dienst mit Flüchtlingen in verschiedenen Bundesländern und Übersetzer, wenn die brauchen meine Hilfe. Das kann jeder Mensch machen. Ich muss leider ein bisschen bremsen, weil wir noch viele haben. Deswegen ich wünsche mir, die islamischen Leute, die muslimischen Geschwister, nicht nur alleine hier in Deutschland, sondern ganze Europa, so genauso benehmen, wie das Gesetz wollte von euch als Ausländer haben. Das ist mein herzlichen Wunsch. Vielen Dank für Ihre Schilderung. Und da Sie es auch so ganz konkret gesagt haben, würde ich gerne bitten, darauf zu reagieren. Was machen Sie mit Müttern, die ihren Kindern sagen, sie sollen nichts In der Masse an Muslimen nur ein traditionelles Bild über den Islam haben oder nur Halbwissen haben. Wenn die Moscheen in ihrer Aufklärungsarbeit sehen, sind sie erfolgreich, aber nur für das Klientel, was wirklich auch in die Moscheen kommt und diese Angebote auch annimmt. Und das ist ein großes Problem, was wir haben. Wir versuchen mit der Aufklärung in erster Linie unsere muslimischen Geschwister zu erreichen. Haben Sie auch recht, was Erziehung und Bildung angeht. Denn wir merken in der Geschichte immer dann, wenn die Bildung wirklich weit entwickelt war, wenn die Kulturen und Zivilisationen weit entwickelt waren, wie in Andalusien, teilweise auch in anderen Regionen, Osmanisches Reich, da haben sie sich wirklich voneinander profitiert. Mönche haben von Muslimen Sprachen gelernt, Muslime haben griechische Philosophie gelernt, etc. Also man hat voneinander wirklich sehr stark gelernt. Wir merken aber, dass es immer dann, wenn es Halbwissen war oder kein Wissen war, es immer zu Konflikten und Kriegen kam. Und wir sind wieder in so einem Punkt, dass obwohl wir in einer globalen Welt leben und obwohl wir zusammenleben und denken, wir müssen uns doch besser kennen als jeder andere, dennoch weiter auseinander driften und uns gar nicht erst kennenlernen wollen. Und deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie unsere Moscheen mal besuchen, eine kleine Moscheeführung vielleicht erleben, unsere Arbeit mal auch erleben. Genauso wie wir auch, da haben Sie auch recht, die gegenseite, die kirchliche Seite, die behördliche Seite etc. kennenlernen müssen, da ist Aufklärung ganz, ganz wichtig. Wenn ich schon dabei bin, würde ich Ihnen auch recht geben, der Security, da muss auch wirklich eine Fortbildung, Sie sind ja auch dabei, aber wir merken, dass bei Security Leuten teilweise Muslime Frauen, die aktiv sind in der Moschee. Es ist nicht so, dass eine Christin eher belästigt wird als eine Muslimin, da ist der Security Mann, der belästigen will, ganz neutral, ganz objektiv, wer da attraktiv ist, der wird belästigt. Das ist ein Problem, was wir in der Security haben. Viele kommen aus dem Gefängnis, ein Feld, was man sozial untersuchen müsste. Jetzt haben die einen Job und beraten zu Beginn der Diskussion hat jemand gesagt, die Betreiber der Heime dürften nicht nach der Religionszugehörigkeit fragen. Ich stelle die Frage, warum sind solche Angaben nicht auf freiwilliger Basis möglich? Vorausgesetzt natürlich, dass man sinnvoll damit umgeht. Ich könnte mir vorstellen, wenn man das weiß, dass man interessiert sein müsste, in so einem Heim, wer wo ist, damit man die Leute noch besser kennenlernt, dass man vielleicht auch ein bisschen aufmerksamer ist, wo vielleicht ein Konflikt entstehen könnte. Also ist das tatsächlich verboten? Wenn ja, warum könnte das nicht auf, ich betone, freiwilliger Basis geändert werden? Eine Frage an Herrn Meining. Ich fand den Hinweis in Ihrem Film interessant, da hieß es doch Rheinland Pfalz, wenn ich das sinngemäß richtig aus dem Kopf zitiere, würde bei der Unterbringung die nationale habe. Was heißt das konkret? Wird da potenziell, also vielleicht nicht ganz streng, aber doch etwas danach differenziert, dass man sagt, okay, das sind jetzt Christen, wir bringen sie doch vielleicht ein bisschen gemeinsam unter. Bekannt sind ja auch die Gewalttätigkeiten zwischen verschiedenen Herkunftsländern, also Afghanen gegen Syrer und so weiter, sodass ich mir vorstellen könnte, dass es präventiv sinnvoll wäre, sozusagen Landsleute zu Landsleute einfach um weniger Konflikte zu machen und vor diesem Hintergrund interessiert mich, wie Sie diese Frage sehen, ob man Nicht-Christen doch getrennt oder jedenfalls häufiger getrennt von vornherein unterbringen sollte, einfach um die realen Konflikte, Sie haben ja Fälle untersucht, zu vermindern. Dann antworten Sie doch einfach auch direkt, Herr Meining. Das Ganze war eine große Umfrage an alle Bundesländer, wie es jetzt ganz einfach mal ein Meinungsbild zu haben, wie es jetzt im Augenblick ganz konkret in Rheinland-Pfalz ist, kann ich nicht sagen, wir haben aber die Frage gestellt, ob Rücksicht genommen wird, und das war die Antwort. Aber wir haben uns jetzt nicht genau untersucht, was jetzt genau passiert in Rheinland-Pfalz. Was ich meine von dieser Unterbringung, ich glaube, beide Seiten haben sehr gute Argumente, was meines Erachtens aber nicht passieren sollte, ist, dass man beispielsweise eine Christin oder eine Jesidin alleine oder eine jesidische Familie mit vielen, Muslimen noch dazu aus dem gleichen Land, wo es die Konflikte gibt, aus dem Irak oder Syrien zusammen in ein Zimmer steckt, weil da sind genau die Probleme aufgetreten. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich kann keine konkreten Zahlen nennen, aber was mir aufgefallen ist, dass es bei den Fällen, die ich mir angesehen habe, es eben keinen Zusammenhang gibt mit der Massenunterkunft, sondern dass diese Konflikte eben auch auftreten in Gemeinschaftswohnungen, in kleineren Unterkünften, wo es eigentlich wunderbar funktioniert, auch auf dem flachen Land. Sie und dann Sie dort hinten, ja bitte. Ja, guten Tag, mein Name ist Sabine Hain, ich komme aus Hamburg, vom zentralen Koordinierungsstab für Flüchtlinge, also wir sind zuständig sowohl für die Einrichtung von Erstaufnahmeeinrichtungen als auch Folgeunterkünfte, aber haben auch ein Team, was sich mit Querschnittsthemen beschäftigt und in diesem Zusammenhang führen wir natürlich auch gerade diese Diskussion, die jetzt hier heute geführt wird, will ich jetzt gar nicht lange darauf eingehen, haben wir keine Zeit für, aber also Thema Schutzräume nur ganz kurz, also wir sind gegen getrennte Unterkünfte, aber natürlich Verlegung im Einzelkonfliktfall, tendenziell eher der Täter in schlechtere Unterkünfte, ist natürlich im Einzelfall schwierig, so, aber die Frage, die ich nochmal ans Podium und zwar konkret eigentlich an Herrn Koch und Herrn Hirte habe, ich wünsche mir noch ein paar Anregungen sozusagen im positiven Sinne, also wie können wir noch mehr vorleben als Gesellschaft hier, wie leben wir mit den verschiedenen Religionen zusammen, hier von Herrn Hirte fiel vorhin das Stichwort Religionserziehung, also wir überlegen da halt ganz konkret Maßnahmen, es ist ja nicht so einfach, man kann ja auch nicht einfach die Kirchen in die Unterkünfte schicken oder Kirchenvertreter, also da wünsche ich mir einfach noch konkrete Anregungen für uns. Vielen Dank, möchten Sie darauf direkt antworten, Herr Erzbischof? Ja, ich glaube persönlich, dass wir da in dem Thema des interreligiösen Dialogs ganz am Anfang stehen, das sage ich auch kritisch für uns Christen, wir können heute noch als Christ sein Glauben wirklich darlegen, wenn angefragt wird, was ist das besonders christliche Glauben, im Grunde zum Islam schweigen viele, wir müssen also wirklich zum Befähigen, zur Diskussion, ich meine schon, dass Diskussion und interreligiöse Dialog nicht nur heißen muss, wo sind die Gemeinsamkeiten, sondern auch, wo sind die Unterschiede. Das ist für mich Differenzierung, das bedeutet aber nicht Diskriminierung, das wäre mir schon wichtig, Differenzierung aber nicht Diskriminierung, nur so ist ein ähnlicher Dialog notwendig, also den würde ich auf jeden Fall vorantreiben. Zweitens, natürlich beginnt der Dialog auch in dem Dialog der Tat, nicht nur in der intellektuellen Auseinandersetzung, der Verantwortung, wie man füreinander wahrnimmt. Wir müssen Erlebnisräume schaffen, wo wir miteinander uns engagieren, wo wir miteinander auch zusammen feiern. Trotzdem wird das natürlich ein langerer Prozess sein. Ich bin ja sicher, dass wir auch Übergangsregelungen brauchen und auch solche Schutzräume, etwas Ähnliches notwendig ist, weil bis die Früchte eines solchen Prozesses wirklich gesellschaftsrelevant durchgetragen sind, das wird noch sehr lange Zeit dauern. Herr Hürte, wo sehen Sie deine Möglichkeit? Haben Sie konkrete Beispiele für Hamburg? Nein, nicht für Hamburg, an die Hamburger Adresse gerichtet. Also das kam ja an verschiedenen Stellen schon der Vertreter, ich weiß jetzt nicht, wie sicher KV oder CV hatte das ja auch gesagt, ich habe mir da notiert als Antwort Religion interessiert. Das ist genau der Punkt, der meines Erachtens bei einem großen Teil auch der deutschen Bevölkerung falsch gesehen wird. Wir müssen darüber reden und wir müssen aktiv darüber reden. Und das geht aber auch um ein zweites Beispiel zu dem ich jetzt Schittin hat das glaube ich eben angesprochen, Moslems sind nicht gleich Moslems. Auch das ist vielen Deutschen, da würde ich fast sagen, Gott sei Dank in den letzten Monaten klar geworden, dass es Sunniten und Schiiten gibt und dass ein großer Teil der Streitigkeiten, die jetzt im Nahen Osten stattfinden, warum auch Flüchtlinge zu uns kommen, auch mit den innermoslimischen Streitigkeiten zusammenhängt. Und die Alevitische Gemeinde Deutschland sitzt in meinem Wahlkreis, mit der habe ich natürlich engen Kontakt. Da gibt es natürlich auch Dialoge und Konflikte, die wir auch anderen rüberbringen müssen. Und dass da auch nicht gesagt wird, jeder, der irgendwann oder dessen Eltern irgendwann mal aus der Türkei gekommen ist, der ist dann sozusagen alles eins. Und Sie haben das ja auch sehr deutlich gesagt, dass Sie gerade daran arbeiten. Das ist ein Teil der Diskussion. Aus meiner Sicht ist ein ganz großes Problem, ich habe das auch bei einer anderen Veranstaltung hier mal gesagt, das Thema Sexualmoral. Und das hat eine ganze Reihe von Dimensionen und eine Dimension habe ich gerade auf dem Weg hierhin noch mal berichtet. Meine Frau berichtete von einem Gespräch mit einer früheren türkischstämmigen Sekretärin, die sie dann fragte, also die türkischstämmige Sekretärin, meine Frau fragte, sagen Sie mal, Frau Hirte, bei uns im Islam ist Abtreibung verboten. Das wäre ja doch schrecklich, dass das im Christentum anders sei. So, dann merken Sie, dann schlucken Sie dreimal und dann merken Sie eigentlich, wo wir stehen in unserer Gesellschaft. Und das ist das, wenn Sie fragen, wo auch Dialog stattfinden muss, dann merken Sie, wir sind in der letztlich auch staatlichen Rücknahme dieser Diskussion so weit, dass wir letztlich aktiv an vielen, vielen Stellen eingreifen müssen. Und der Kollege, wenn ich das bei der Gelegenheit gleich sagen darf, der Aramäer, der eben gesagt hat, wir müssen daran arbeiten, auch die diejenigen nicht als Flüchtlinge zu akzeptieren, die die Grundrechte anderer, so würde ich es sagen, mit Füßen treten. Volle Zustimmung. Wir diskutieren das und wir haben das auch hier diskutiert. Stefan Mayer kennt das Papier, wo ich selbst dran gearbeitet habe. Aber dann haben Sie natürlich eine weitergehende Diskussion über die Verwaltungsgerichte bis rauf zum Bundesverfassungsgericht, das dann am Ende sagt, nein, das Asylrecht geht auch dann noch, wenn Sie vorher Grundrechte anderer verletzt haben. Und das ist ein bisschen ein Teil des Problems. Ich will das ja sagen, weil wir hier auch schildern wollen, dass wir an dem Problem dran sind und Sie haben das eben gesagt, wir verschweigen das nicht. Aber es ist nicht so einfach, dass wir nur sagen können, wir machen innerhalb von zwei Tagen eine Lösung. Schutzräume haben wir ja selbst schon relativ breiten Konsens. Aber wir arbeiten da dran. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch fünf Wortmeldungen. Bitte schön, Sie sind dran. Ich habe eine Frage nochmal an Professor Hirte. Wird sich das Problem der Situation der Christen in den Flüchtlingsheimen nicht von alleine lösen? Denn das Abkommen mit der Türkei, so wie der funktionieren würde, würde nicht erlauben, dass irgendein christlicher Flüchtling über diese Schiene nach Europa kommen kann. Denn in den Flüchtlingsheimen in der Türkei sitzen eigentlich nur muslimische Flüchtlinge. Da traut sich kein Christ dort in den Flüchtlingsheimen zu sein. Also insofern eigentlich reden wir hier über Dinge, die sich wahrscheinlich jetzt, also jetzt die Christen, die jetzt da sind, wenn sie untergekommen sind, dann hat sich das Problem von alleine gelöst. Können Sie sich noch kurz vorstellen? Mein Name ist Amil Gorgis von der Syrisch-Orthodoxen-Gemeinde. Ich betreue hier auch 120 Flüchtlinge, christliche Flüchtlinge und kenne das Problem. Gut, Dankeschön. Wir nehmen das jetzt mal auf. Ich sammle jetzt mal ein bisschen. Bitte schön, Sie noch und dann kommen wir wieder auf die Seite. Ja, ich habe Sie nicht vergessen. Sie stehen auf der Liste. Liebe Anwesende, mein Name ist Benjamin Schnabel. Ich arbeite auch zusammen bei Help Christian Refugees mit meinem Kollegen da vorne. Und wir haben ein akutes Problem. Wir nehmen die Leute auf, die aus ihren Flüchtlingsheimen fliehen. Die Leute fliehen in Scharen, die Leute fliehen massenweise aus den Flüchtlingsheimen. Wir haben ein akutes Problem. Wir wissen nicht, wohin mit den Leuten. Wir haben deswegen die Aktion gestartet. Und Gott sei Dank gibt es ganz viele hilfsbereite Christen, die gesagt haben, wir nehmen Leute auf, die gesagt haben, wir kümmern uns drum. Das dauert alles. Und das Problem ist auch, dass es eigentlich illegal ist. Aber wir können überhaupt nichts mehr machen. Wir wissen nicht mehr, wohin mit den Leuten. Die Leute schlafen auf der Straße. Die Leute gehen in die Kirchen. Die suchen Kirchenasyl. Wir wissen nicht mehr, wohin mit den Leuten. Wir sind völlig überfordert. Und wir arbeiten zusammen mit dem Zentralrat der orientalischen Christen in Deutschland. Mit anderen Hilfsorganisationen. Mit eigentlich sehr vielen Organisationen. Die sagen, ständig kriegen wir Anrufe. Wir wissen nicht mehr, wohin mit den Leuten. Wir haben auch ganz viele Leute, die wollen helfen. Die wollen aber ausschließlich Christen aufnehmen, weil die wissen, es ist ein Problem. Das wissen die aus ihren Kirchgemeinden. Das wissen die auch aus Zeitung und aus den Medienberichten, auch vom Bayerischen Rundfunk. Und ich muss sagen, die Polizei macht eine super Arbeit. Aber die Polizei ist völlig überfordert. Die Politiker fangen an, aufzuwachen und sehen, wie akut und stark das Problem ist. Aber das, was wir bei Herrn Martin sehen, ist erst die Spitze des Eisberges. Wir haben das Problem ganz akut in Berlin, Brandenburg und in Hamburg. Und wir wissen nicht mehr, wohin mit den Leuten. Das Problem ist halt, jeder würde gerne Christen aufnehmen. Die sagen, wir machen das, kein Problem. Aber es ist halt nicht ganz legal. Das nächste Problem ist, dass die Leute sagen, die Kommunikation, die Sprache ist sehr, sehr kompliziert. Die können nicht mit der Polizei reden. Die haben seit Jahrhunderten Verfolgung in ihren Herkunftsländern erlebt. Und daran ist auch die Polizei schuld. Es ist nicht der Vorwurf der deutschen Polizei. Aber sie haben halt Angst gegenüber den Beamten Aussagen zu machen. Das nächste Problem ist, dass die meistens Arabisch, Persisch und noch mehrere Sprachen sprechen und die nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Deswegen haben wir unsere Stelle eingerichtet. Und die Leute fliehen massenweise aus ihren Unterkünften und wir stehen da, wie als würden wir im Zweiten Weltkrieg Juden retten müssen. Und das wegen einem ideologisch überfrachteten Staat. Okay, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich würde jetzt gerne bis zum Schluss einfach nochmal sammeln. Sie müssen bis zum Mikrofon gehen. Und bis Sie dort sind, da frage ich schon mal, dort hinten war noch eine, die da mit dem Schwarzen. Wenn Sie schon mal. Wer jetzt zuerst da ist, darf zuerst. Sie kommen alle noch dran. Bitte schön. Sprechen Sie einfach. Der Techniker regelt es schon. Also ich bin der CDU-CSU-Fraktion sehr dankbar für diese Veranstaltung, für die klare Sprache, für die Ehrlichkeit. Herr Völkerkauder ist der Anwalt der verfolgten Christen und der Zeitpunkt ist gekommen, die Dankbarkeit in aller Klarheit zum Ausdruck zu bringen. Ich frage mich, wo bleiben die anderen Parteien? Ich vermisse die Stimmen der anderen Parteien, auch die klare Sprache. Ich wünsche mir, dass ich ähnliche Sprache auch von anderen Parteien hören. Er als Bischof hat davon gesprochen, dass im Alten und im Neuen Testament Flüchtlinge aufgenommen worden sind. Wahrhaftig hat Ägypten, sehr prominente Flüchtlinge aufgenommen, wie Josef, der das Land vom Hungersnot gerettet hat. Und Jesus Christus mit seiner Familie waren bei uns in Ägypten als Flüchtling. Wir Kopfen in Deutschland gilt von der Zahl als die kleineste Gemeinde überhaupt. Aber wir haben ein Asyllager, wir haben eine Kaserne der deutschen Luftwaffe 97 erworben und gab es okumenische Begegnungen und interreligiöse Begegnungen. Inzwischen leben 600 Menschen dort. Dr. de Maizière hat diese Anlage besucht und beschrieb diese Anlage als ein Muster für eine Zentralunterbringungseinrichtung. Es sind 29 Gebäude, ein Gebäude für Frauen mit Kindern, andere Gebäude für Familien. In dieser Zentralunterbringungseinrichtung haben wir erlaubt, dass die Muslimen eine Räumlichkeit bekommen als Moschee. In demselben Augenblick, wo 96 Kirchen in meinem Heimatland zerstört worden sind. Gleichzeitig musste ich die Entscheidung treffen, auch auf meinem Areal dürfen Muslimen beten. Das ist, so wie Herr Volker-Gauder gesagt hat, eine Lehre. So wie wir euch die christlichen Nächsten Liebe zeigen, erwarten wir auch dasselbe. Und das habe ich erlebt in diesem Haus am 15. März mit der Begegnung mit dem großen Scheich. Dr. Lammert und Herr Volker-Gauder haben fabelhafte Sprache gesprochen, sodass ich mir von diesem Zeitpunkt keine großen Sorgen um Deutschland mehr machen brauchte. Ich darf an dieser Stelle sagen, dass wir unabhängig von der Religion und Konfessionen Menschen betreuen. zusammen mit Malteser, mit der katholischen Kirche. Die evangelische Kirche hat eine Stelle finanziert für die schwer traumatisierten Menschen. Ich persönlich wandte mich an die Botschaften von Kuwait, Emirats, Saudi-Arabien und Ägypten und habe gesagt, Deutschland bietet dies an für eure Gläubigen, was könntet ihr für eure eigene Schäfchen anbieten? Bis auf einen blumigen Brief aus dem Emirat habe ich gar keine Antwort. In dieser Kaserne, in dieser Zentralunterbringungseinrichtung bringt die Polizei in ihren Dienstfahrzeuge und die Zollbehörde Kinderspielzeuge, Schuhe, Kleider, eine einmalige Erfahrung. Ich wünsche mir, dass man aus dieser Erfahrung ein Bild verschaffen kann. Ich persönlich habe viele Freunde gewonnen, Christen, Muslimen, Jesiden und die suchen Liebe, Zuwendung, jemanden, der sie zuhört. Und wahrhaftig kommen Menschen und sagen, wir wollen zu dir ins Kloster ein paar Tage verbringen, obwohl sie nicht zu uns gehören. Und ich betrachte diese Zentralunterbringungseinrichtung als die Pforte des Himmels. Wir helfen Kranken, wir helfen... Ganz herzlichen Dank für Ihre eindrucksvolle Schilderung. Pforte des Himmels ist, glaube ich, ein schönes Wort, was man sich merken sollte. Sie beide noch, bitte. Ja, vielen Dank. Ilona Auer-Frege von Miserior. Und als katholisches Hilfswerk liegt uns natürlich die Sicherheit von Christen in aller Welt sehr am Herzen. Nichtsdestotrotz greift mir die Diskussion heute aber ein bisschen kurz. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir jetzt sehr auf Christen als Opfer in diesen Wohnheimen uns konzentrieren. Für mich ist es aber ein bisschen so, wenn man anguckt, was ist denn los in diesen Heimen? Wir haben da eine Bevölkerung oder wir haben da Menschen, die kommen aus allen Teilen der Welt. Die haben kulturell ganz verschiedene Hintergründe. Die haben religiös verschiedene Hintergründe. Sehr viele sind schlecht gebildet. Größerer Anteil hat auch radikale Tendenzen. Viele sind kulturell auch überhaupt nicht gewöhnt, in so einem Austausch sich zu bewegen. Und dann können wir uns doch nicht wundern, dass es dann auf Minderheiten, dass die gemobbt werden. Und ich glaube, wenn wir alle Christen rausnehmen, dann wird die nächste Gruppe gemobbt. Dann sind es junge Frauen oder dann sind es Schwarze oder dann sind es Behinderte. Also ich glaube, was wir angucken müssen, ist ja ein soziologisches Problem. Wie funktionieren Gruppen, größere Gruppen, die willkürlich zusammengewürfelt sind und von denen auch noch ein sehr großer Prozentsatz sehr schwer traumatisiert ist? Was haben die denn erlebt? Und ich glaube, ich bin ein sehr großer Fan des Satzes, ja wir schaffen das, aber es wird nicht so einfach, wie wir das denken. Was wir bisher tun, ist ja, dass wir diese Menschen aufbewahren. Wir glauben, wir bieten denen eine sichere Halle und wir bewahren sie auf und dann warten wir jetzt mal ab, was passiert. Aber so wird das nicht funktionieren. Bemühungen zur Integration gibt es ja auch. Ja, aber sie sind ja sehr gering. Also wenn ich höre, wie lange diese Menschen, viele sitzen schon seit über einem Jahr in Tourenhallen, in Traglufthallen. Das ist ja nicht Integration. Und ich denke, so billig, wie wir uns das vorstellen, wird das nicht passieren. Da wird es sehr viele Ressourcen brauchen und die kann auch nicht nur der Staat zur Verfügung stellen. Aber diese Verengung auf Christen als Opfer, die finde ich problematisch, weil wir damit ... War aber heute hier das konkrete Thema. Angesichts der Zeit würde ich Ihnen noch ein Wort geben und dann gerne die Schlussrunde hier auf dem Podium machen. Schönen guten Tag. Ich komme aus Bielefeld von der esidischen Gemeinde. Ich begrüße alle Teilnehmer. Ich bin sehr dankbar für CDU, CSU, diese Fraktionen, die sie veranstaltet haben. Also wir alle beschuldigen jetzt bis jetzt die Behörden und die Polizisten. Also ich finde das nicht richtig. Also wir, die Gemeinden, die Vorsitzenden der Gemeinde, solange wir nicht zusammenarbeiten, ja, die anderen können gar nichts machen. Wenn wir die Esiden und die muslimische und die christliche religiöse Gemeinde miteinander nicht arbeiten können, dann können die Flüchtlinge gar nichts mehr machen. Wenn wir alle zusammenarbeiten, ich glaube, können wir viele Sachen schaffen. Dankeschön. Danke Ihnen. Ich weiß, es gibt jetzt noch mehrere Worten. Ist es noch ganz dringend und schaffen Sie es ganz kurz? Irgendwas, was noch nicht gesagt worden ist? Dann machen Sie es kurz, bitte. Schönen guten Tag. Mein Name ist Henrik Rogo. Ich bin von der Firma Securitas. Also von daher, ich denke, ich wollte mich nur ganz kurz mal vorstellen. Wir freuen uns sehr über die Diskussion. Wir arbeiten im Übrigen mit verschiedenen Verbänden zusammen. Unter anderem auch sehr, hallo? Ja, ist in Ordnung. Unter anderem auch mit der Caritas. Und ich wollte jetzt auch mal eine Lanze für unsere Mitarbeiter brechen. Also wir kennen dieses Problem seit längerer Zeit. Wir haben bei uns im Übrigen auch interkulturelle Schulung, interkulturelle Grundsensibilisierung. Auch in Zusammenarbeit mit der Caritas, mit den Johannitern. Und ich wollte nur auch noch mal betonen, dass unsere Mitarbeiter sich sehr engagiert zeigen. Wir arbeiten, wie gesagt, mit verschiedenen Verbänden sehr erfolgreich zusammen. Gerd-Hauptmann-Schule mit der Polizei, mit dem Bezug. Und bei allen Problemen, die tatsächlich bestehen, was die Qualifikation anbetrifft, da sind wir tatsächlich dabei, da ist noch viel zu tun. Ich habe ganz kurz noch einen Satz. Muss man allerdings sagen, dass die Mitarbeiter, das bleibt bei dieser Diskussion immer außen vor, einen ganz schwierigen Job haben. Sie müssen sich vorstellen, teilweise haben wir Einrichtungen, dort sind 300 Menschen untergebracht, großes Konfliktpotenzial. Dann haben wir dort zwei Sicherheitsmitarbeiter. Die Betreuer sind zu Hause, es ist keiner da. Und dann haben diese zwei Mitarbeiter nicht nur Sicherheit, sondern auch Betreuungsarbeit. Und das wollte ich auch mal zum Ausdruck bringen, dass das kein einfacher Job ist bei einem Verständnis für Diskrepanz, die bestehen. Ja, ich glaube, da gibt es eine Menge Verständnis auch für, dass das nicht einfach ist. Ich würde gerne jetzt hier auf dem Podium die letzte Runde einfach machen mit der Frage, was Sie jetzt mitnehmen. Frau Probst, aus den Anmerkungen, die jetzt gemacht wurden, die Bemerkungen, den Fragen, was ist das, wo Sie heute hier rausgehen und denken, ja, da könnte man ansetzen und das wäre wichtig, dass man da anders nochmal ansetzt. Oder was wäre das Wichtigste da für Sie? Zum einen möchte ich sagen, dass ich von manchen Berichten etwas schockiert war, weil ich sehr andere Erfahrungen gemacht habe. Wir haben sehr oft die Erfahrung gemacht, dass es problemlos möglich war, Flüchtlinge aus anderen Einrichtungen zu verlegen. Wenn irgendjemand bescheinigt hat, da gibt es eine Gefahr, da ist eine Traumatisierungsgefahr, dann war das ganz kurzfristig bis Lagier so möglich, diese Leute zu uns zu holen. Deswegen wundere ich mich, dass Leute auf der Straße landen, weil ich wirklich das so kenne, man stellt einen Antrag, ein Psychologe oder irgendjemandem schreibt, da ist eine akute Gefahr und dann konnten die Leute zu uns kommen. Das war meistens unproblematisch möglich. Ich möchte auch mal eine Lanze brechen für die Betreiber. Ich glaube schon, dass es möglich ist, auch Einrichtungen so zu betreiben, dass die Umstände besser sind. Wir haben 650 Leute und wir sind keine schlimmeren Fälle bekannt. Mit einem großen Einsatz von Ehrenamtlichen und Einbildung der Zivilgesellschaft, Projekten, Möglichkeiten der Beschäftigung, kann man das, glaube ich, auch sinnvoll betreiben. Also positive Sachen, die Sie erlebt haben. Herr Cetin, was nehmen Sie mit aus dieser Diskussion? Wo sagen Sie, da müssen Sie sich vielleicht noch mehr engagieren oder anders ansetzen? Ja, ich würde mir wünschen natürlich, dass unser ehrenamtliches Engagement wirklich wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Das wünschen sich viele, viele Moscheen, die sehr viel Sozialarbeit machen. Und ich wünsche mir auch, dass es natürlich, dass wir als Muslime und der Islam nicht als das Problem wahrgenommen wird, sondern tatsächlich als Teil der Lösung. Aber Sie haben es zu Recht gesagt, Muslime sind nicht alle gleich Muslime. Natürlich gibt es da Unterschiede. Und man muss natürlich schauen, wer macht denn nun die gute soziale Arbeit und wer ist ein Profit? Wo ist ein Win-Win-Situation für die Gesellschaft, für uns Muslime? Und die gibt es ja. Mittlerweile gibt es auf der Bundesebene auch gute Projekte, wo es um Patenschaften geht. Wir wünschen uns natürlich als Moscheegemeinde, gerade zum Beispiel in Berlin, dass es mehr lokale auch Unterstützung oder logistische auch Unterstützung gibt, weil in Berlin hat man sowieso eine allgemeine Ablehnung gegenüber allen Religionen. Und da würden wir uns aber als Muslime wünschen, dass wir tatsächlich dort auch gesehen und wertgeschätzt werden. Eine Art religiöse Aufklärung erlebt man tatsächlich als Teil der Lösung. Also es werden viele Probleme tatsächlich auch verschwinden, wenn Muslime gemeinsam zum Beispiel christlichen, ehrenamtlichen Engagierten zusammen auftreten, zusammen auch vielleicht mit Herrn Martins, einem islamischen Theologe. Es gibt so viele, die türkisch, persisch, arabisch sprechen hier in Berlin und man kann von ihnen profitieren. Als Beispiel vielleicht nur, und damit bin ich auch am Ende, es gibt zum Beispiel eine Fortbildung, die das Bezirksamt Neukölln unterstützt, wo es um die Fortbildung von Stadtteilmettern geht, und zwar um die Vereinbarung zwischen Grundgesetz und Scharia. Und da haben wir zum Beispiel an die 300 Frauen, arabisch, türkischstämmig, fortgebildet. Und da haben wir den Bezirk, wir haben das gemerkt, entlastet. Sie haben uns da hingehend unterstützt, dass sie eben uns die Türen öffnen und sehen eben unsere Arbeit. Und das würde ich mir gerne auch natürlich in vielen Städten auch wünschen für viele Moscheen, die sehr viel Arbeit tatsächlich leisten, dass es wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Also konkretes Miteinander, wo man wirklich direkt anpacken kann. Herr Pemp, es gab hier die Frage von, warum sollte man nicht nach Religion fragen und würde es Sinn machen, richtige Beschwerdestellen einzurichten. Würde Ihnen das helfen? Ob es uns helfen würde, weiß ich jetzt nicht. Also der Polizei konkret. Grundsätzlich spricht sicher nichts gegen Beschwerdestellen. Und die können auch sicher beim Parlament oder wo auch immer angebunden werden, wo sie unabhängig vor allem sind. Ob es die Situation tatsächlich löst oder nachhaltig verbessert, hätte ich jetzt persönliche Wissen, Zweifel. Ich glaube, wichtig wäre, dass man tatsächlich die ja derzeit sinkenden Flüchtlingszahlen dazu nutzt, die Situation in den Heimen tatsächlich nachhaltig zu verbessern. Und gerade die absoluten Großunterkünfte, da keine zu langen Verweildauern mehr, dass die Leute nicht mehr so lange in diesen Großunterkünften bleiben müssen einfach. Das wäre, glaube ich, wichtig. Und ich würde sagen, die Trennung, die Schaffung von besonderen Heimen oder Unterkünften ist sozusagen als letzte Möglichkeit sicher vorzuhalten. Oder sollte man die Möglichkeit haben, Leute woanders unterzubringen? Ich glaube, das ist unstrittig. Und das gilt dann oder muss dann aber sicher auch für alle gelten, die warum auch immer bedroht, gefährdet oder ein Stück weit nachzuhalten. Also unabhängig von der Religion. Genau. Herr Martens, der Mitarbeiter von der syrisch-orthodoxen Gemeinde hat gesagt, das Problem würde sich von selber lösen mit dem Türkei-Abkommen. Was sagen Sie dazu? Ich kann ihn nur voll und ganz unterstützen. Ich kann nicht erkennen, wie in Zukunft die bedrohten iranischen Christen, mit denen ich es vor allen Dingen zu tun habe, die immer ganz schnell aus ihren Hausgemeinden fliehen müssen, wenn der Geheimdienst sie erkennt, wie sie es noch irgendwie schaffen sollen, jetzt in ein nicht-muslimisches Land zu kommen. Wir haben einfach hier nur Dinge aus unseren Augen schön weit weggeschoben. Was da passiert, wird in Zukunft eine Katastrophe für die Christen sein. Das ist auch ein Ergebnis dieses Abkommens, über das ich einfach nur erschüttert bin. Ich freue mich aber darüber, dass das Thema Schutzräume überhaupt mittlerweile ernsthaft diskutiert wird. Das ist etwas, was vor einigen Monaten noch undenkbar gewesen wäre. Wir merken, dass doch so allmählich ein Bewusstsein da entsteht. Allerdings setzt das tatsächlich auch eine Sensibilität bei den Behörden voraus. Ich will jetzt nicht meine gesammelten Frusterfahrungen über das La GESO zum Besten geben. Aber bisher war es immer so, wenn Christen da ankamen, hieß es jedes Mal, ach, ihr wollt ja nur ein besseres Heim haben, wir glauben euch nicht. Bis hin zu dem wiederholt gehörten Zitat, wenn sie von den Martens kommen, dann helfen wir ihnen erst recht nicht. Das ist etwas, von daher, wenn wir dieses Schutzraumkonzept haben, dann muss auch eine Sensibilität bei den Behörden da sein. Aber ich gebe Herrn Gorgis recht, ich fürchte, dass in absehbarer Zeit Christen es nicht mehr schaffen, hier hinzukommen. Vielen Dank, Herr Martens. Herr Hirte, ich würde Ihnen gerne für diese Runde das Schlusswort geben, bevor Herr Mayer noch diese Veranstaltung beendet. Was nehmen Sie mit aus dieser Diskussion? Wo sagen Sie als Politiker oder auch als Vorsitzender des Stephanuskreises, da sind Sie jetzt wirklich gefordert? Ja, also mit Sicherheit die Forderung mit den Schutzräumen sozusagen, ohne dass wir die Verschuldungsfrage klären müssen, ist ein wichtiger Punkt, das als Angebot einzuführen. Ich glaube, ein zweiter Punkt, und das hatte Volker Kauder ja auch schon in der Einführungsrunde gesagt, wir müssen beim Wachpersonal genauer hinschauen, aber das hängt eben auch mit der Frage der Kosten zusammen und das hängt auch mit der Frage des gesellschaftlichen Grundkonsenses und des Verhältnisses der Gesellschaft insgesamt zu Religion zusammen. Wir haben einen Punkt noch nicht angesprochen, das ist die Frage des Hausrechts bei den Heimen, da gibt es auch Unterschiede, das hängt auch mit der Frage zusammen, ob sie vom Staat und dann mit vielleicht ins Gegenteil umschlagender religiöser Neutralität geführt werden oder von den großen Religionsgemeinschaften, wo offensichtlich jedenfalls nach unserem Eindruck weniger solche Fälle vorhanden sind. Die Beschwerdestelle einschließlich der Aufklärung darüber ist ein wichtiger Punkt. Und wenn ich noch auf die drei Fragen kurz eingehen darf, die sozusagen indirekt wie gestellt wurden, ich glaube nicht, dass das Türkei-Abkommen dazu führt, dass Christen nicht mehr zu uns kommen. Uns wurde, um das gleich dazu zu sagen, weil das zeigt, wie schwierig die Situation ist, immer wieder auch gesagt, dass Christen durch die Türkei deshalb durchgekommen sind, weil sie sich als Moslems ausgegeben haben. Und dann kommen sie hier an und müssen sich sozusagen hier erst zum Christentum bekennen. Das zeigt, dass es einerseits geht, dass aber andererseits die Frage der Feststellung, das habe ich ja eben gesagt, nicht so einfach ist, wie sie auf den ersten Blick scheint. Und ein zweiter Punkt an die Kollegin aus Hamburg eben, meine eigene Leiterin eines Flüchtlingsheims im Wahlkreis, die sagte mir, natürlich gäbe es männliche Flüchtlinge aus bestimmten kulturellen Hintergründen, die von Frauen nichts zu essen nehmen würden. Wenn der Hunger dann käme, dann würde man merken, dass das in Deutschland anders sei. Das ist ein Teil der Erziehung. Und dann sind wir wieder zurück bei der Frage des Personals. Durchmischung in der Weise, wie unsere Gesellschaft gemischt ist, ist ein Teil der Aufklärung, ist ein Teil der Arbeit, die wir leisten müssen. Da müssen wir natürlich auch sehen, was wir bundespolitisch machen können. Und das Wort von Miserio anzuknüpfen, ja, wir schaffen es, aber es ist nicht ganz so einfach, wie wir es vielleicht am Anfang dachten. Das, glaube ich, wäre, würde ich als Schlusswort auch gerne zu eigen machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hörte. Jetzt würde ich aber doch ganz gerne vielleicht noch fragen, ob Herr Koch noch sich äußern möchte. Sie sind zum ersten Mal Gast in diesem Fraktionssaal, wurde ja vorhin gesagt. Und das war ja doch eine sehr einringliche Diskussion. Und da Sie ja den Christen gerne die Stimme noch mal verleihen möchten, möchte ich dem Christen auch die Stimme verleihen. Ja, danke. Dankeschön. Drei Punkte sage ich noch mal. Erstens, das haben wir in allen Heimen mitgeteilt, das haben wir dort ausgehängt, deshalb legen die Flyer aus. Wir haben auch unsere Gemeinden mobilisiert. Wer, wenn Sie einen Flüchtling kennen, der so diskriminiert, gemobbt, an den Rand gestellt wird, vielleicht bis zur Verfolgung, Caritas und Malteser Hilfsdienst haben eine Notnummer angerufen, dann bitte melden Sie das mit, wir lassen keinen allein. Aber es muss bitte auch genannt werden. Bitte nennen Sie es, wir stehen bereit. Wir haben Gelder und Personal für diese Fälle freigestellt. So, erstens. Zweitens, bei allen schwierigen Verletzungen und Enttäuschungen und wirklich bösen Dingen glaube ich, dass am Dialog, im ganzheitlichen Sinn, nicht nur am verbalen Dialog, keinen Weg vorbeiführt. Und drittens, ich glaube selbst, das Problem Religionsfreiheit bei uns wird man letztlich nur lösen können, wenn man es auch in den Ländern angeht, in denen die Religionsfreiheit wirklich verletzt wird. Sonst werden wir hier auch keinen religiösen Frieden bekommen. Da bin ich auch ganz sicher. Das ist ein weltweites Problem. Vielen Dank. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die angeregte Diskussion und Entschuldigung, wenn ich ein oder zwei vielleicht jetzt doch nicht mehr zu Wort habe kommen lassen, aber wir sind jetzt schon etwas über die Zeit und ich würde gerne das Schlusswort Stefan Mayer geben, hier für die CDU-ZU-Fraktion. Bitteschön, Herr Mayer. Hochwürdigster Herr Erzbischof, Dr. Koch, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, mir obliegt jetzt die schöne und angenehme Pflicht, Dank zu sagen. Ich darf mich zunächst bei Ihnen, Herr Erzbischof, Dr. Koch und bei Ihnen, Herr Dr. Meining, für Ihre sehr profunden und einblickgebende Kurzvorträge bedanken. Ich möchte mich bei allen Podiumsdiskussionsteilnehmern, bei Ihnen, liebe Frau Probst, bei Ihnen, Herr Pemper, lieber Herr Tschetin, lieber Herr Pfarrer, Dr. Mertens und auch lieber Kollege Prof. Dr. Hirte, ganz herzlich für Ihre sehr einblickgebenden, interessanten Beiträge bedanken. Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Frau Plettner, für Ihre gewohnt souveräne, charmante und professionelle Moderation bedanken. Aber nicht zuletzt darf ich mich bei Ihnen allen, auch namens der Unionsbundestagsfraktion, für Ihre Teilnahme bedanken, aber auch für Ihre durchweg sehr konstruktiven, sachlichen und hochinteressanten Beiträge. Ich bin der festen Überzeugung, dass dies eine sehr gewinnbringende Veranstaltung war. Ich glaube, dass deutlich geworden ist, und ich darf hier auch anknüpfen an Ihre Ausführungen, hochwürdigster Herr Erzbischof, dass Gewalt und Straftaten gegen Christen in Asylbewerberunterkünften mit Sicherheit kein Massenphänomen sind, aber, und das gehört auch mit zur Wahrheit, dass sie sehr ernst zu nehmen sind und dass sich die Politik auch dieser Thematik zuwenden muss. Es ist deutlich geworden, dass zum einen mal die Datenlage immer noch unzureichend ist. Ich bin aber in diesem Zusammenhang unserem Bundesinnenminister Dr. Thomas Döme sehr, sehr dankbar, dass er festgelegt hat, dass mit Beginn des Januars religiös motivierte Straftaten in Flüchtlingsunterkünften erfasst werden. Es ist richtigerweise darauf hingewiesen worden, dass die bisherige Zahlenbasis natürlich noch keinen generellen und umfassenden Überblick bietet, aber es gibt in den ersten drei Monaten zumindest mal zwölf Straftaten, die erfasst sind. Es darf aber aus meiner Sicht nicht sein, dass sich Christen scheuen, aus Angst vor Rache oder vor Revanche diese Straftaten zu melden. Hier gilt es auch entsprechend gegenzusteuern. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir ein Klima schaffen müssen, dass sich sämtliche Flüchtlinge in Deutschland sicher fühlen und sämtliche Flüchtlinge verdienen Schutz. Unabhängig davon, ob sie Bleibeperspektive haben oder nicht, hat aus meiner Sicht jeder Flüchtling und jeder Asylbewerber das Anrecht darauf, in Deutschland anständig und human behandelt zu werden. Deswegen sind die zunehmenden rechtsradikalen und fremdenfeindlichen Straftaten gegenüber Asylbewerbern und Flüchtlingen mit Sicherheit ein Unding und bedürfen auch der unmittelbaren und unnachgiebigen Verfolgung und sind, das möchte ich auch betonen, eine Schande auch für unser Land. Aber genauso gibt es auch die klare Erwartungshaltung Deutschlands, der deutschen Gesellschaft, dass sich die Personen, die bei uns Schutz erhalten, sich auch so benehmen, wie es unsere Rechtsordnung und unsere Werteordnung erfordern. Und deswegen möchte ich schon auch darauf hinweisen, dass die Zunahme auch von Straftaten und von Gewalttaten, insbesondere auch gegenüber Christen, in den Unterkünften hoch besorgniserregend sind. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir die Exzesse, die sich in der Silvesternacht in Köln und in fünf anderen Städten in Deutschland ereignet haben, wir nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Und ich darf Ihnen an dieser Stelle auch versichern, wir als Unionsfraktion haben dies auch nicht getan. Wir haben sehr schnell eine Novellierung und eine Verschärfung des Ausweisungsrechtes angestrengt. Und wenn allein in Nordrhein-Westfalen sich in der Silvesternacht über 1.000 Sexualdelikte ergeben haben, es gab nach der Silvesternacht über 1.000 Strafanzeigen von Frauen allein in Nordrhein-Westfalen wegen sexueller Beleidigung, wegen sexueller Nötigung, teilweise auch wegen vollzogener und vollendeter Vergewaltigung. Das ist nicht hinnehmbar. Und ich möchte hier auch deutlich betonen, Personen, die sich dieser schändlichen Straftaten zu Schulden kommen haben lassen, haben damit auch ihr Bleiberecht in Deutschland verwirkt und müssen unser Land auch konsequent verlassen. Für mich sehr instruktiv war auch die sehr intensive Debatte über das Thema Schutzräume. Ich möchte auch nochmal deutlich betonen, dass eine räumliche Trennung, eine räumliche Segregation mit Sicherheit a priori nicht wünschenswert ist, um dies klar zu sagen. Es darf nicht sein, dass Christen per se in Deutschland räumlich abgesondert werden müssen. Aber, und deswegen habe ich auch diese Diskussion wirklich als sehr instruktiv empfunden, zur Not müssen dann wirklich auch Schutzräume vorhanden sein, um es wirklich auch Christen zu ermöglichen, wirklich in Schutz und Sicherheit auch in den Unterkünften leben zu können. Deshalb darf ich auch nochmal für unsere Fraktion und der Kollege Prof. Dr. Hirte hat ja darauf hingewiesen, diese Idee, dieses Schutzraumskonzept nehmen wir aus jedem Fall als Quintessenz auch aus dieser Veranstaltung mit und werden diese Idee auch weiter verfolgen. Ich darf Ihnen vielleicht auch noch an der Stelle sagen, dass wir das Thema Umgang mit den privaten Sicherheitsdiensten auch sehr ernst nehmen. Ich bin auch dem Vertreter der Securitas sehr dankbar, dass er auch seinerseits nochmal auch darauf hingewiesen hat, dass die Sicherheitsdienste selbst ein Interesse daran haben, dass die qualitativen Anforderungen an die Mitarbeiter erhöht werden. Um dies auch klar zu sagen, wir sind dabei, auch mit unserem Koalitionspartner eine gesetzliche Novellierung zu erarbeiten, die zur Folge hat, dass die qualitativen Anforderungen sowohl an die Betreiber der privaten Sicherheitsdienste als auch an die Mitarbeiter der privaten Sicherheitsdienste erhöht werden. Und ich respektiere dies durchaus, dass die Branche selbst ihrerseits auf diese Verschärfungen hinweist und diese auch gutiert und unterstützt. Ich halte es persönlich zum Beispiel verdringendst erforderlich, dass vor der Einstellung eines Mitarbeiters bei einem privaten Sicherheitsdienst eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz erfolgt. Dass erstmal nachgefragt wird, ob gegen ihn, ich sage das auch ganz offen, wegen möglicher islamistischer Bestrebungen auch etwas vorliegt. Das muss die Regel sein, bevor jemand bei einem privaten Sicherheitsdienst zu arbeiten anfangen kann. Vielleicht auch noch ein kurzer Hinweis, die Frage nach der Religionszugehörigkeit ist heute schon zulässig. Es gibt keine Verpflichtung, dass man eine Religionszugehörigkeit bei der Erstregistrierung als Flüchtling angibt. Aber man kann dies tun. Und ich glaube, man muss dann entsprechend auch, insbesondere als Betreiber von einer Flüchtlingsunterkunft, auch entsprechend darauf reagieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können sich sicher sein, alles, was Sie uns heute hier auch mit auf den Weg gegeben haben. Und es sind viele Kolleginnen und Kollegen jetzt auch bis zum Ende der Veranstaltung heute hier präsent. Nehmen wir sehr ernst, nehmen wir auf. Es bleibt nichts ungehört und es verhallt auch nichts im luftleeren Raum, sondern Sie können sich wirklich sicher sein, dass diese Veranstaltung nicht nur heute für Sie ertragreich war und hoffentlich auch gewinnbringend, sondern dass wir als Parlamentarier auch von derartigen Veranstaltungen zehren und auch entsprechend davon profitieren. In diesem Sinne noch mal ein herzliches Dankeschön für Ihr zahlreiches Kommen, für Ihre viele sehr sachlichen und konstruktiven Beiträge. Und jetzt bleibt es mir nur noch übrig, Ihnen einen guten und sicheren Nachhauseweg zu wünschen. Alles Gute, Gottes Segen und Gesundheit. Applaus Applaus